Wir haben auch auf YouTube den ein oder anderen schönen Tipp bekommen. Ganz, ganz viele verschiedene. Dankeschön auch dafür. Und es wird mir immer nahegelegt, meine Waffen noch weiter zu reduzieren. Aber irgendwie sehe ich mich dazu noch nicht in der Lage. Dazu wechsle ich einfach zu gern hin und her. Auch wenn ich gefühlt nur zwei richtig aktiv benutze. Aber ich werde versuchen, in Zukunft dran zu denken. Was ist denn mit dem? Super Mutant da drüben? Ach, das ist ein Synth. Lull, ich dachte, das war ein Ghoulgrad von hinten. Arbeite mit voller Kapazität. Okay, boah, das ist schon heftig gruselig, oder? Wenn die einen so angucken. Hallo. Hallo. Ganz normal, ne? Hallo. Was für ein schöner Tag. Ich bin kein Roboter. So ein Ding ist das dann. Gut, die Super Mutanten, die werden schon beschossen. Und die sind zufällig genau vor unserem... Oh, shit. Vor unserem Krankenhaus. Ich glaube, den Synths geht es jetzt nicht mehr so gut. Dann... Oh, shit. Wait, wir haben doch unsere Moskete auch verbessert, oder? Die müsste doch jetzt alles wegschallern. Wumms. Weil wir können ja jetzt statt vier, sechs Munition in einen Schuss reinpumpen. Und das sorgt zum einen dafür, dass wir noch schneller Munition verlieren. Zum anderen haben wir natürlich noch mehr Wumms. Und hier schreit es ja nach Super Mutanten. Na, dann hauen wir gleich mal die volle Muni rein. Und können ja auch so ein bisschen abwägen, ne? Wenn wir jetzt gegen Ghoulik kämpfen oder so, dann ballern wir halt nur zwei in Schuss rein. Und wenn wir gegen Super Mutanten kämpfen, vielleicht lieber alle sechs, ne? Raven High. Das kann man ja so ein bisschen variieren. Was ist deine Lieblingsspielreihe? Ganz klar Bioshock. Dann kommen aber recht schnell Mass Effect, Dragon Age, Witcher. Und da habe ich dann gar keinen klaren Favoriten. Und Bioshock ist auch nur so weit vorn, weil das Game mich wirklich anders abgeholt hat. Ja, das war neben WoW tatsächlich eins der wenigen, wo ich mir dann auch mal ein Buch gekauft, Lore-Videos geschaut, das Ganze mehrfach gespielt. Ach, hier ist ein Hundi schon. Junge, habe ich gar nicht mitbekommen. Können wir den mit dem Kopftreffer vielleicht? Ja, wollte... Oh nein! Ah, scheiße! Oh, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das war eine Mine oder eine Granate hinter mir. Es war so ein scheiß Suizid-Bomber. Ach, Kacke. Wie unlucky. Wollte heute Geld ausgeben, aber ich habe keine Geld, Katja. Aber ich habe keine Geld. Ja, das fühle ich, ne? Das fühle ich auf jeden Fall. Xyru, dankeschön trotzdem für deine Donation, ne? Und das ohne Geld. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ich danke dir. Wo ist der Verbrecher? Vor allem für den brauche ich ja keine Sechs, oder? Da können wir auch die Kleine gerade nehmen. Da ist er. Da in der Ecke steht der miese Hund. Ja, dann, pass auf. Einmal hier bitte den Arm. So, na herrlich. Guck mal, Hundi gleich mit weggesprengt. Jetzt ist da ja noch einer. Den könnten wir jetzt auch mit der kleinen Gun machen, oder? Wenn das nur der eine war. Der war aber auch frech positioniert, oder? Das habe ich voll gar nicht mitbekommen. Voll überhaupt nicht. So, guck mal. Schön hier in den Kopf. Daneben. Treffer. Treffer. Daneben. Ja, Junge, der kann ich auch wieder selber zielen, weißt du. Mit den Hits, ganz ehrlich, das ist ja belastend gelaufen. Hier, Patronen nehmen wir mit und dann wechseln wir doch wieder zu unserer, zu unserer Muskete. Irgendwo ist noch einer. Oben. Okay. Oh, legendärer Supermutanten-Vollstrecker. Gut, dann glaube ich, wir laden doch mal die Sechs-Schuss rein. Hab da so ein ungutes Gefühl gerade. Wo ist der jetzt hin? Da? Ah ja. Gegenüber. Können wir den mal headern mit einem Crit? Oder macht das noch keinen Sinn, weil der eh wieder mutiert? Das ist jetzt die Frage, ne? Pass auf, wir schießen erstmal normal. Genau, jetzt mutiert er nämlich. Und dann können wir den nächsten, schön krittenerweise, einmal in die Fresse donnern. So, schön von hier. Pass auf. So, und Crit. Batz. Yo. Na, das hat sich doch gelohnt, hier die letzten Schüsse noch rein zu investieren. Oben ist auch noch einer. Ich hab hier, glaube ich, aus Versehen gerade den Fleischesack gelootet vor lauter Korbeln und Nachladen. 83. Hmm. Ja, komm, let's go. Butz. Na, aber, Leute. Der Schaden, das ist ja ein Gedicht. Hör mal. Das ist ja, jetzt hab ich nicht genug AP und der kann sich verpissen, oder was? Komm, zeig dich. Zeig dich. Rums. Wunderbar. Leute, ich darf das Looten gleich nicht vergessen, ne? Da ist noch einer. Und da haben wir jetzt, glaube ich, auch genügend AP. Sehr schön. Ach, ich bin gerade sehr zufrieden mit unserer Muskete. Herrlich. Und wo ist der letzte? Ich hab da euren Oberboss schon da und ihr könnt doch jetzt mal die Schnauze halten hier. Rums. Rums. Noch jemand? Da kommt echt noch einer. Was? Bruder, das war keine ernstzunehmende Einladung. Ich hau mir mal ein Stimpack. Davon haben wir doch eh wieder 60 oder so dabei. Da ist er. Der letzte. 48 nur? Ach, der steht genau hinter dem Ast hier, oder was? Bruder. Da freue ich mir aber keinen Ast. So. Quest fertig? Oder immer noch nicht? Echt jetzt? Da sind immer noch Punkte, ne? Vier Stück immer noch. Junge, die haben sich ja aber eingenistet. Das ist ja wie so ein Wespennest. Aber wir looten jetzt erstmal in Ruhe. Pass auf. Wir looten jetzt erstmal. Und wer was will, der wird ja auf uns zukommen, ne? Ob er will oder nicht, früher oder später. Wir sind alle schon wieder am Dancen, ne? Emmeron hat jetzt alle infiziert. Das ist super. Da muss Chloa heute gar kein Radio anmachen. Es sind schon alle am Macarena-Dancen, Leute. Das muss auch so sein. Zum Donnerstag, da kann man das machen. Rockley. 15 Monate. Dankeschön. War's beste Klasse in Fallout. Immer die, die dir am besten gefällt. Hahaha. Und Waffenkrieger. Lul. Wo war denn der Legendäre? Den hatten wir oben, ne? Dann gehen wir auch erstmal nach oben. Ohne Witz. Ich hätte auch so ein bisschen Bock, seitdem wir das Dönermesser gefunden haben. Wo? Ach, da kommt der feine Herr jetzt um die Ecke. Daneben. Damn, son. Und seitdem wir das Dönermesser gefunden haben. Diese Zweihandwaffe mit Feuerschaden und so. Da habe ich schon Bock, auch nochmal irgendwie einen Char zu machen und dann so auf Melee zu skillen, ne? Das bietet sich ja echt an. Also der Wiederspielfaktor, der ist auf jeden Fall sehr real. Das hat er doch nicht überlebt jetzt, der Stinker. Verarsch mich nicht. Zeig dich, du Hund, ist ja jetzt hier in die Ecke. Tatsache. Feierabend. So. Heimer zersplattert. Wo ist Dogmeat? Dogmeat, ich höre dich. Ich sehe dich noch nicht. Ey, da unten sind die jetzt, oder was? Guck mal, die Pfeile sind da ganz klar nach unten. Vielleicht hat das Gebäude auch noch einen Keller. Ey, ich habe echt nicht erwartet, dass hier so viele drin sind. Holy fuck. Da du ja Nebenquests heute auch machen willst. Und das Sonstige sind auch noch Nebenquests. Stimmt. Da habe ich mich das letzte Mal ja erschrocken, ne? Wie viele da sind. Heute wieder Muffins. Schrömpi auf jeden. Das ist eine sehr gute Idee. Ich danke dir für diese Eingebungen. Und für deine herrliche Donation hier auf Nacken des Krankenhauses. Nudelschale, geil, mitten im Mikroskop. Junge, es ist halt so widerlich, ne? Wie ja alles zusammengepappt ist, was einfach nicht bei drei auf dem Baum war. Das ist so abartig, echt. Ich finde das echt schlimm. Sie war high. Wieder in der Fleischverarbeitung mit Blei aktiv. Ja, du siehst, andere waren hier schon ein bisschen fleißiger als ich heute, ne? Wenn wir uns das mal angucken, was hier rumliegt. Ey, also die Hausmeister, die haben schon ein bisschen länger Feierabend, ne? Absolut. Weidenhuf, danke schön für dein Abo. Vielen Dank. Das war diese Räumlichkeit, okay. Die haben wir dann ganz gut checken können. Was ist hier? Entsperren Meister. Der OP-Saal. Da werden sie doch wohl keinen Supermutanten irgendwie zusammengesetzt haben, oder? So einen mutierten Mutanten. So ein paar Spritzen in den Rücken, weißt du, und gucken, was passiert. Hä? Das Meisterschloss verarscht mich gerade. Warte so. Und dann ganz leicht nach oben. Immer noch nicht. Noch ein bisschen. So. Hä? Aber weiter runter? Geht auch nicht. Ist das dann echt nur so ein ganz... Wow, what? Das wäre es. What? Das war ja so wenig. Da musste ich ja IRL die Luft anhalten, dass ich da nicht zu weit verreiße. Das ist ja cool gemacht. Sind hier mutierte Mutanten, Leute? Oder sind hier nur normale? Weil OP-Saal... Ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte. OP-Terminal. Da können wir erst mal lesen, was auf uns zukommt. Sehr schön. Zeigt mal her. OP-Steuerung. Beleuchtung, OP-Musik, Türfernsteuerung. Wir machen erst mal auf. Die Meisterschlösser sind sehr sensibel. Da hören wir es nochmal. Ich habe mir gedacht, dass sie schon schwieriger sind, aber... Das war ja wirklich sehr sensibel. Hör mal. Jetzt weiß ich Bescheid zum Glück. Hab gerade mit meinem Hexer-Schlund-Kampagne gemacht. Dachte, ich wäre durch und dann müssen wir Anduin holen. Das kenne ich sehr genau. Oh, damn. Okay. Da sind auf jeden Fall noch ein paar. Dann hauen wir erst mal den Hundi weg. Der bestimmt gleich auf uns zugerannt wäre. Und das ist doch ein normaler, oder? Nee, Super-Mutanten-Biest. Ist das jetzt wirklich ein mutierter Mutant? Wie unangenehm. Ja, den kritten wir mal eben weg da. Schön in die Rübe rein. Rums. Wunderbar. Ach, Leute, die Wirbelsäule. Guck mal. Die können wir rausreißen, können wir Seilspringen machen. Hier ist noch ein Hundi. Hundi gegen Hundi. Ach, und der. Der war wichtig, dass die Quest jetzt fertig ist. Ist okay. Zack. Dogmeat, machst du den Rest? Oh, nee. Dogmeat hat gar keinen Bock, den Rest zu machen. Na dann mach ich das auch noch. Junge, wir können gleich nochmal ein paar neue Zähne kaufen. Die fressen hier wirklich Munition. Es ist ja Wahnsinn. Als hätten die nicht genügend anderes Fleisch hier rumliegen. Der Kollege unter den Mutanten. Ist so. OP-Termine. Musik einschalten. Du bist Alpha. Let's go. Dogmeat fightet. Wieso sind denn das jetzt alles Null-Hits? Ist dann... Ach, da ist eine Glasscheibe noch zwischen, oder was? Das ist ja unangenehm. Hör mal. Aber wir sind drin. Und ich darf gleich nicht vergessen, wegen dem Lego-Loot nochmal zu schauen. Äh... Schwere Supermutantenrüstung. Ey, er hier, ne? Da war ich so der Doktor vermutlich, so wie der aussieht. Ja, wollten sie sich nicht sämtliche Haut und alle Organe entfernen lassen? Äh, nee. Eigentlich sollte nur der Blinddarm raus. Oh. Ja. Hoppala. Ja, da ist uns ein kleiner Fehler passiert. Aber Irren ist ja bekanntlich menschlich, Freunde. Deswegen immer nochmal nachlesen, was auf euren Unterlagen steht. Kronkorken. Was haben wir hier? Kampfrüstung. Kompensiert mächtig. Impro-Repetierer. Tja. Wert 84 ist natürlich ganz interessant. Dann nehmen wir den mit. Aber sonst... Wie gesagt, bei den Waffen bin ich eigentlich nach wie vor ganz happy. Was ist mit dir? Kronkorken nehmen wir auch mit. Schön Cashflow, Leute. Da sehe ich uns aber. Absolut. Lol, du triffst nicht, wenn du 95 auf Torso hast, aber 40 auf Kopf klappt. Die KI vor dem Spiel ist ein bisschen kaputt, oder? Also generell ist es häufig sehr seltsam. Ja, aber das Gute ist, wenn ich den Crit aktiviere unten. Da füllt sich ja unsere AP-Leiste quasi auf. Oder die extra AP-Leiste, whatever. Und wenn ich dann den Crit aktiviere, dann trifft es zum Glück auch garantiert. Da ist dann, egal wie low quasi die Trefferschance ist, wenn ich Crit aktiviere, netterweise trifft es dann garantiert. Sonst würde ich locker richtig ausslippen. Wenn wir dann so eine 97er Hitquote haben, ich Crit aktiviere und dann daneben schieße oder so. Da würde ich auch anders abkacken, echt. Super Mutant. Wo liegt denn jetzt hier der Vollstrecker? War der noch eins weiter oben? Oder habe ich den schon gelootet? Nee, oder? Haben wir den noch eins weiter oben bekämpft? Nee. Das war schon hier. Und wo ist der letzte? Den sehe ich auch gar nicht auf der Map, aber wir werden ihn finden, ne? Wir werden ihn finden. Warte mal, hier liegt der auch nicht? Der hier links war das ja auch nicht? Und hier war doch dieser Legendäre drauf, oder habe ich das geträumt? Die OP bei dem Grippe war ein Fehlschlag, ja, wenn Dr. Bibber zu weit geht, ne? Sad life. Ich weiß noch, als mein Cousin mit seiner Freundin mich mal babysitten musste, auf der Top-Lane, Lul. Da haben wir auch Dr. Bibber gespielt und sie war so Medizin-Azubi irgendwas. Und dann hat er sie die ganze Zeit ausgelacht, dass sie voll verkackt hat. Ich glaube, deswegen waren die auch nicht mehr zusammen. Ich habe mitgelacht. Ich habe die ganze Beziehung zerstört, ne? Noch eins tiefer. Ah ja, da unten, das kann auch gut sein. Aber hat sich gelohnt, hier gerade nochmal alles zu durchwühlen, ne? Da haben wir noch einen schönen Vorrat gefunden. Dann hüpfen wir eins runter. Da liegt er. Oh, des Mutantentöters. Wieso hat denn ein Mutant des Mutantentöters? Reduziert den durch Super-Mutanten verursachten Schaden um 15%. Wert 75. Hallo. Werde ich nicht anlegen, aber das ist ganz nett. Okay. Und hier sind auch noch ein paar Räume. Ich hoffe, mich springt wie immer nichts schreiend an. Da kriege ich Komplexe. Das ist kaputt. Ich glaube, hier ist alles kaputt, ne? Also den Kommentar kann ich mir eigentlich sparen, den Fallout. Das ist kaputt. No shit. Hier ist ein Fusionskern. Den snacken wir gleich noch. Nur erst mal gucken. Ne Matratze. H-Klammer. Aha. Ich finde das immer spannend. Habe ich ja schon mal erzählt. Auch wenn ich irgendwelche Survival-Games gespielt habe. So H1Z1 und so. Immer looten. Ja. Immer looten. Gucken. Wo haben die Leute was versteckt? Wie hat sich hier der ein oder andere verbarrikadiert? Wer dachte, er ist sicher? Oh. Schallgedämpften Sniper. Naja. Wert 188. Leute. Da sehe ich uns aber. Hör mal. Wie das Ding auch immer in den Werkzeugkoffer passt. Aber das sind Fragen für eine andere Folge. Wir wollen erst mal nur alles mitnehmen. Ja. Da hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Hier nochmal reinzulunzen. Da haben wir definitiv die Kosten des nächsten Fusionszellen-Großeinkaufs wieder drin. Ich bilde mir halt nur immer noch ein. Dass ich noch einen weiteren Supermutanten gehört habe. Aber glaube, das war in meiner Fantasie. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ist nur ein kleiner chirurgischer Kunstfehler gewesen. Aber er kann ja gegen klagen. Das stimmt. Das kriegen wir schon wieder hin. Er muss es nur wollen. So sieht es aus. Ach, damn. No. Oh, wasted. Ich habe gar nicht richtig nachgeladen. Warte, wir müssen erst mal kurbeln hier. So. Und jetzt bist du fällig da. Du trittst nämlich meinen Hund, du Ratte. Zack. Feierabend. Schön auf dem Boden nochmal rumgebaut. Sehr gut. Morgen. Hi. Und wo ist der andere? Da hinten ist irgendein... Oh, Flackerlicht. Oh, das sind noch zwei oder was? Ey. Wie die Quest einfach schon abgeschlossen ist. Und hier lebt noch die Hälfte. Das ist auch wieder verrückte Welt. Echt. Nehmen wir mit. Kronenkorken und Muni. Wo ist der letzte jetzt? Wo ist der letzte? Das sind hier schon wieder so seltsame Ecken. Ich werde mich gleich erschrecken, Leute. OP-Schlüssel. Ach, gucke. Wenn wir... Wenn wir... Wenn wir keinen Schlossknacken verbessert hätten, dann wäre hier der Schlüssel zumindest noch gewesen. Alu nehmen wir mit. Noch eine. Das ist kaputt. Ja, komm doch mal raus jetzt hier, letzter Mutantenboy. Wo bist du? Oh, hier anscheinend irgendwo. Wo? Ach, oben. Ja, Mensch. Da kann ich dich natürlich nicht sehen. So. Noch einer. Zwei noch. What? Leute, Hilfe. Oh, ich muss nachladen. Die machen Sachen. Die machen Sachen. So. Sehr schön. Und das ist der nächste. So. Ach, schön. Wie er zerfällt. Die Slow-Mo. Und es war noch einer, oder? Das war einfach noch einer gerade. Die haben sich hier aber wirklich wie auf so einem Festival zusammengerottet. Und ich bin der Aufräumer. Hier die eine Geschichte, wo der Bauer es nicht mehr mit ansehen konnte, wie irgendwelche Leute auf seinen Wiesen und Feldern da gekämmt haben und technisches Dokument, Ehre, und dann einfach einen Haufen Gülle drüber verteilt hat. So bin ich gerade auch unterwegs. Nur, dass ich niemanden mit Gülle bespritze. Ich töte einfach alle. Das hat der Bauer zum Glück nicht gemacht. Sonst könnte man heute in ein oder anderen Crime-Podcasts über ihn hören. Wie komme ich da denn hoch? Was für Schleichratte? Ich stehe doch hier. Ach, da ist doch jetzt der feine Herr. Gucke, er kommt hier heimlich runter, oder was? Ja, pass auf. Dann wieder Kopf und Kritt. Butz. Wunderbar. Feierabend. Da fällt er um. Leute, das war wirklich der Letzte. Jetzt ist nur meine Frage, wie zum Teufel kam der... Och, guck mal. Wie sie kuscheln. Und wie langsam er da jetzt runterrutscht. Das ist echt unangenehm mit anzusehen, Dogmeat. Und hier ist die Treppe. Seht ihr mal. Haben sie uns schön gezeigt. War gerade schon wieder verwirrt. Hab verstanden. Du hast deinen Cousin gebabysittet. Denglish at its finest. Mein Hörnso, wenn der schon eine Freundin hatte, die in Ausbildung war, warum braucht der einen Babysitter? Ja, er war sehr frühreif. Sehr frühreif in der Fahrschule. Absolut. Ein Fahrstuhlschacht. Toll. Gar nicht gruselig oder so. Hier ist auch alles im Arsch. Und hier ist noch was. Terminal. Das schaffe ich nicht. Ah, Experte. Haben wir nicht. Schade. Dafür habe ich jetzt keinen Schlüssel gefunden. Das ist ärgerlich. Ist da irgendwas Cooles? Ja, irgendwelche Medikamente. Und ansonsten nicht viel. Medikamentenmanfred ist da eingesperrt. Schade. Dann können wir ihn leider nicht retten. Warum schließt man in einem Krankenhaus überhaupt Medikamente mit weg, oder? Die kann man doch offen lassen. Wird schon keiner klauen oder so. Einfach alles frei zugänglich. Was soll passieren, oder? Was kostet die Welt? So, vor kurzem gab es ja ganz, ganz viele Fälle, wo auch fucking Desinfektionsmittel aus Krankenhäusern geklaut wurden. So, was soll da schief gehen, wenn alle Medikamente offen sind? Ey, gar nichts. Einfach gar nichts. Das ist wieder Einsteiger. Na, ich wollte gerade sagen, da kann ich ein bisschen grobmotorischer rangehen. Aber irgendwie habe ich heute so gar kein Feingefühl. Die nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Dann sind wir gleich wieder komplett überladen. Aber in diesem Moment, in diesem Moment können wir eine Menge Cash noch mitnehmen. So, Frage ist jetzt, gehe ich nochmal hoch? Ja, vielleicht ist ja noch was. Pass auf, bevor wir rausgehen, checken wir das gerade nochmal. Miss Müde, Hallöchen. Das mit der Gülle gab es bei uns auch an einem Badesee, wo die Badegäste auch ständig auf der Wiese vom Bauern gelegen sind. War super. Ja, da wird sich einfach nicht so gegönnt, ne? Hahaha. Es sei denn, man ist ja Bauer, ne? Dann ist natürlich die Gönnung sehr real. Und dann hat man ein schön paar dreckige Gäste, die man fein säuberlich ausgeladen hat, ne? Würde ich, glaube ich, genauso machen, wenn mir Leute auf den Sack gehen. Das ist eigentlich herrlich, ja? Wenn dir Leute richtig auf den Sack gehen oder irgendwie auf deinem Eigentum rumwuseln und du willst das nicht, hast aber die Option, alle mit Gülle voll zu splattern, dann würde ich das ganz genauso machen. Ich wünschte mir sogar, ich hätte häufiger in verschiedenen Alltagssituationen einfach die Möglichkeit, mit Gülle rumzusplattern. Ey, das würde ich echt regelmäßig machen, ja? Wenn mir wer an der Kasse zu nahe kommt oder mir auf den Sack geht, Gülle drüber. So, Post kommt einen Tag zu spät, Gülle drüber. Ja, Brief von der Krankenkasse, Gülle drüber. Also, das ist herrlich, ey. Also, das kann ich voll verstehen, dass man dann zu dieser Möglichkeit greift. Na, das würde ich genauso machen. Okay, das war das Krankenhaus. Ich glaube, das haben wir zufriedenstellend abgeschlossen. Eigentlich sogar mehr als zufriedenstellend, weil wir ja noch 10, 12 mehr getötet haben, als die Quest überhaupt brauchte, ne? Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier auch wieder rausfinde. Lauf ich gerade im Kreis? Oh Gott, Krankenhäuser. In allen, in denen ich bisher war, da waren zum Glück immer Pfeile auf dem Boden, die dich dann Richtung Notaufnahme führen oder... Hier maybe? Ja. Richtung, weiß ich nicht. Was gibt es noch? Schönheitsabteilung, ja, Fußfetischabteilung, Psychoabteilung. Und all solche Sachen, ja, normale Krankenhausgeschichten. Vergesst den legendären wegen dem Loot nicht, falls du es noch nicht getan hast. Bin Küche und bekomme nicht alles mit. Hab ich schon, Shion. Aber Dankeschön fürs Erinnern. Den haben wir vorhin gesucht und dann zum Glück auch gefunden, ne? Glück im Lootglück, könnte man sagen. Das mit dem Wert der Items ist auch bei Skyrim immer seltsam. Es steht zwar zum Beispiel 150 als Wert an der Waffe, aber du kannst diese Waffe nicht für diesen Preis verticken. Das kommt drauf an, wie du geskillt bist. Ah, Rüstungsperks und sowas. Ja, fürs Handeln. Okay, es gab auch irgendwie Tränke, ja, oder diese Tabletten, die man einschmeißen konnte. Dann hatte man auch bessere Preise. Ah, ich erinnere mich. Okay. Naja, Hauptsache bringt überhaupt irgendwas. Dann geht es jetzt nochmal zum Verticken und dann machen wir Rundreisequests abgeben. Die von eben und auch die vom letzten Mal. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Kann halt nur sein, dass wir in Diamond City jetzt wieder ein bisschen warten müssen. Heute kamen meine zwei neuen Monitore für meinen Triple-Monitor-Setup an. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Wieso muss man jeden Monitor in solch großen... Hallo, ich lese gerade. ...in solch großen Kartons verschicken. In einen allein hätten beide Monitorkartons reingepasst. Ich meine, schön, dass Case King kein Plastikstyropor als Füllmaterial verwendet, sondern Papier. Aber Papptonne ist dann mal voll. Ja, du, da habe ich jetzt ja durch den Umzug auch ganz viel mitbekommen. Als der Tisch um die Stühle kamen, gut, da fehlte auch ein bisschen was, aber da waren dann zum Beispiel auch drei Stühle in einem Karton. Tisch mit der Platte und den Beinen und sonst was alles in einem Karton. Und wirklich so zusammengepappt, dass ich auch dachte, ey, wer hat da was studiert, um das im Karton so zu managen. Ja, das ist ja verrückt. Also das finde ich auch immer wieder enorm auf jeden Fall. Und dann kam jetzt der Kleiderschrank und da war alles einzeln. Ja, alles einzeln mit Styropor, Unverschweiß, Plaste, deine Mutter oder was auch immer. Da sind manche Firmen eben sehr wach, andere zu wach und andere nicht so wach. Da ist mir auch schon aufgefallen. So, wir warten jetzt mal den ganzen Tag, kommt das hin, weil wir müssen ja danach eigentlich noch mehr warten, oder? 48 Stunden brauchte das ja zum Auffüllen. Glaube ich, das war unser letzter Stand. Hab da mal eine Muffin-Frage. Opferst du dich immer, um die nicht so Perfekten zu verspeisen, wenn mal ein neues Rezept ausprobiert wird? Ja, Sandor, ich bin ja so, ich würde auch den ganzen Teig schon vorher fressen. So eiskalt bin ich da. Gnadenlose Vernichtungsmaschine, man kennt mich. Und da bin ich einfach opferbereit in diesen Momenten, ja. Definitiv. Ich habe es eilig, tut mir leid. Wieso ist er schon wieder hinter uns? Wieso kommt der Bürgermeister immer zu uns, um uns zu sagen, dass er keine Zeit hat? Da geht er einfach. Ich raste aus. So, jetzt haben wir den ganzen Tag gewartet. Dann warten wir jetzt nochmal. Oh, er gönnt sich da schön judeln, ne? Mit Stäbchen, Junge. Naruto, bist du's? Herrlich. Und dann warten wir jetzt nochmal ein bisschen, bis der Kollege hier seinen Laden aufmacht. Machen wir nochmal 10 Stunden. Wo bist du eigentlich hingezogen mit meiner Freundin zusammen? Jetzt nicht irgendwie sonst so nach, was weiß ich, Malle oder so. Nicht sonst so hin. Kloakenbob, 32 Monate, Grüße aus der Quarantäne, beste Grüße zurück, ne? Und viel Gesundheit und so weiter. Dankeschön. Wir wollen erstmal verticken. Entschuldigung, ich habe im Moment sehr viel zu tun. Da ist er schon wieder, will der mich verarschen? Ach so, diesmal, okay. Diesmal isst er Nudeln, aber ich glaube, das ist Tarnung. Ich glaube, der will uns wieder heimlich befummeln oder so. Das ist mir nicht geheuer. Bro, er gibt einfach Tipps, als wäre er auch irgendwie im Chat, ne? Zeig mal, was du so hast. Ey, genau so habe ich doch vorhin die YouTube-Tipps vorgestellt. Crazy. Die wahre Kunst ist es sowieso, etwas einmal Ausgepacktes wieder genauso zu verpacken, wie es vorher war. Oh ja. Bei mir passt das dann meistens nie wieder in die Originalverpackung. Das kenne ich ganz genau. Egal, ob das früher irgendwelche Lego-Sachen oder Figuren waren, ja, oder heute irgendwelche Möbelstücke, das kriege ich auch nie, nie wieder ansatzweise so hin. Monaco ruft, ja, Madeira, auch eine gute Sache. Ja, viele, viele Möglichkeiten, aber später vielleicht, ja, später. Jetzt war ja erstmal zusammenziehen, ja, dieses Experiment. Und dann werden wir sehen, wie die Steueroasen so aussehen. Das klären wir im Detail ein anderes Mal. Fusionszellen, da sind sie, nehmen wir mit. Wunderbar, noch irgendwas? Nö, oder? Mit dem Rest, glaube ich, sah soweit ganz gut aus. Die 10 Millimeter könnten wir vielleicht auch noch ein paar einpacken. Da haben wir nur noch 141. Nehmen wir die auch noch mit. So, und dann hatten wir jetzt vor allem Waffen, bilde ich mir ein. Waffen, Waffen, wir gucken mal, Splittermine kann weg, Kampflint kann weg, die kann weg und das kann auch weg hier. Sehr schön, da konnten wir ein bisschen was kompensieren. Und hier hatten wir noch diese Mutantentöter, genau. Ja, und ich glaube, das war es auch schon, oder? Ich glaube, der Rest hält sich dann in Grenzen. Ja, da haben wir doch einen ganz guten Handel gemacht hier. Also, zack, super. Okay, dann, Leute, Quests abgeben. Womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen schon an mit unserer Nebenquest hier, oder? Mit Ritter Rise. Da gehen wir erstmal hin, leatschen so ein paar EP. Und das war, glaube ich, bei dieser Polizeistation, oder? War das nicht? Oder ist sie ja mit auf dem Zeppelin? Nee, das war doch hier, wo wir zum ersten Mal genau die Bruderschaft kennengelernt haben. Da machen wir uns jetzt auch rüber. Sonnenschein, hi. Wie viele Bürgermeisterinnen eigentlich in Diamonds für die Rumor? Das ist eine sehr interessante Frage, ne? Da waren wir uns ja auch immer nicht ganz so sicher. Wer ist da ein Zint und wer nicht? Und vielleicht sollten wir unseren Vater, Sohn mal fragen. Zu dem wollen wir heute ja auch nochmal. Wir werden sehen. Was musst du sonst noch kompensieren? Da möchte ich nicht drüber reden. Okay, jetzt muss ich wieder meinen Therapeuten anrufen. Und vielleicht, vielleicht werden wir aber heute alle gereinigt, ja? Durch sehr lange Ladebildschirme. Die haben eine sehr reinigende Wirkung. Das ist auch so eine Art Ritual, mit dem man seine Jungfräulichkeit wiederherstellen kann. Wo wir als WoW-Spieler sagen, wozu sollte man sowas brauchen, ja? Aber hier und heute sind wir sehr schnell in die Polizeistation wieder reingekommen. Mit der Pridwyn über dem Kopf fühle ich mich deutlich sicherer. Dogmeat. Oh nein. Er hängt in der Tür. Dogmeat. Wieso? Ein halber Hund. Oh, das ist traurig. Aber wir gehen gleich wieder raus, mein guter. Das wird. Wir kriegen das hin. Pass auf dich auf da draußen. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die das Commonwealth nach diesen Artefakten durchkämmen. Ja, mach ich. Oh, hier liegt Gratoway. Wenn du uns begegnest, leg sie ruhig um. Wir machen keine Gefangenen. Help me, Stepdog. Dog, ja. I'm stuck. Hallo. Was haben wir denn da? Das Gebiet ist sauber? Ja. Bestätigt. Beeindruckend. Beweise dich, dann vertraue ich dir vielleicht. Das Commonwealth ist ein großer Ort, der dringend einen Kammerjäger braucht. Wenn du dich sammeln musst, tu es. Sag mir, wenn du bereit bist. Ja, noch mehr Quest. Nehmen wir mit. Machen wir jetzt nicht, aber nehmen wir mit. Wie lautet die Mission? Den Müll rausbringen. Mutanten, Synths und jeden Tag. Jede verdammte Atomwaffen-Missgeburt. Jo. Ich bin bereit. Gut. Hier sind Einzelheiten zum Ort der Säuberung. Erfüll die Mission, dann melde dich zurück. Okay. Die Gwyneth Brauerei. Da waren wir doch aber schon, oder? Haben wir da nicht diesen Saufkumpel-Bot her? Ich weiß es gar nicht. Wir haben so viel schon gemacht. Jedes Mal, wenn ich auf unsere Karte schaue, dann staune ich einfach, wie viel wir wirklich schon gesehen und entdeckt. Und zum Teil auch gesäubert haben. Muss man so sagen. Heute ist meine E-Pfeife angekommen. Die ist der Shit. Die ist Nussbaum-Optik. Ich liebe das jetzt schon. Oh, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr stylisch, muss ich sagen. Bin ich auch Freund von. Da hatte ich auch nie eine Chance, irgendwie von der Holzoptik wegzukommen. Jetzt kommt wieder die Geschichte, ne? Mit Opa und Vater, beide Zimmermänner. Und da war alles Holz. Ja, höchstwahrscheinlich bin ich zu einem gewissen Prozentsatz auch Holz. So, deswegen kann ich damit auch generell sehr viel anfangen. Und Shireen tatsächlich auch. Also, als wir die Wohnung hier begutachtet haben, wir haben ja auch so irgendwie Querbalken und so ein Kram, ne? Da hat sie auch gesagt, oh, das ist schon eine schöne Sache. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken. Zack, in all diesen Balken, ne? Wenn da irgendwo eine Lücke war, ruckzuck, saßen da lauter Plüschtiere drin. Zack, zack, waren die voll, diese Balken, ne? Herrlich. Turbo, Hallöchen, alles cool. Hoffe bei dir auch. Da unten ist der Vater. Da will ich aber vorher erstmal noch mit der guten Ingram reden. Die war drüben auf dem Flughafen. Kann das sein? Jawohl. Das war da mal ein bisschen Quatschen über alles, was wir rausgefunden haben, ne? Was wir leechen konnten und was nicht. Und so ein Kram. Du Holzkorb, hallo, was ich mir anhören muss hier, ne? Der Wahnsinn. Pinoc Craftio. Ah, das ist so ein Crossover, was man sich lieber nicht wünscht, oder? Da wächst dann nicht die Nase, wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, was ist jetzt? Die Farm hat Schaden genommen durch den Angriff und hier ist wieder irgendein radioaktiver Sturm. Ey, seit ich gesagt habe... Cool, dankeschön. Seit ich gesagt habe, dass ich so einen Sturm noch nie gesehen habe, haben wir irgendwie regelmäßig welche, ne? Schön herbeigequatscht, ey. Läuft. Hier ist das Holeband, Proktor. Ich hoffe, die Daten auf dem Ding waren es wert. Danke. Weißt du, es ist schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Ich war nicht ganz sicher, was der Fänger mit dir anstellen würde. Das ist ja echt nett. Sarkastisch. Du meinst mich in Energie umzuwandeln und dann wieder zusammenzusetzen? Das war kein Problem. Du kannst ruhig deine Witze machen, aber ich würde einer Technologie, die ich nicht verstehe, nicht einfach blind vertrauen. Wo wir gerade von Technologie sprechen, die ich nicht verstehe, ich bringe das Holobahn zu Proktor Quinlan. Ich bin so gespannt, was da drauf ist. Ja, ich auch. Was willst du finden? Was hoffst du darauf zu finden? Was immer das Institut geheim halten möchte. Bevor wir jetzt voreilige Schlüsse ziehen, sollten wir abwarten, was Quinlans Gelehrte herausfinden können. Ich bin sicher, dass das Institut seine gesamten Daten stark verschlüsselt. Es wird also eine Weile dauern, den Code zu knacken. Danach werden wir sehen, was wir hier haben. Wer weiß, was wir da von ihrem Hauptrechner geholt haben. In der Zwischenzeit solltest du deine Aufgabe erfüllen, Dr. Lee zu rekrutieren. Wenn ich mich nicht irre, hat dir ältester Maxon alle nötigen Einzelheiten erklärt. Viel Glück, Ritter. Aha, vor dem Zaun. Oh, das gab gut EP. Finde ich super. Da finde ich es ja jetzt auch ganz interessant. Werden wir jetzt wirklich das Institut gehackt haben und wirklich heftige Infos rausziehen können? Weil die eben so abgeschottet sind und sich in Sicherheit wägen, dass sie keine Abwehrmechanismen hatten in ihren Rechnern? Ja, oder sind sie auch da technisch vorbereitet für solche Fälle, die eigentlich niemals eintreten dürften? Ja, das finde ich höchst interessant. Mal sehen, was bei rauskommt. Zu Vater zurück und Maxenbericht erstatten. Das machen wir auch gleich noch. Ach, der ist oben auf dem Zebelin. Ah, Bronzol. Oh, 26 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Sag mal, hat die Frau da keine Beine, diese Proktor? Das sieht manchmal ein bisschen komisch aus in den Power-Rüstungen. Da kann man sich nie sicher sein. Wo fängt der Mensch an? Wo hört die Rüstung auf? Wir Pandaren wissen es nicht. Ja, Holz in der Bude ist schon geil, aber die Plüschtiere auf den Balken geht nicht. Die gehören auf das Sofa oder ins Bett. Ja, irgendwann ist der ganze Balken dann ein einziges Plüschtier, weißt du. So sieht es aus. Stark verschlüsselte Daten, aber einfach auf ein Holoband runterladen geht, ne? Meine ich auch. Also anscheinend ist die Technik hier von der Bruderschaft dann krasser als die vom Institut oder die haben einfach wirklich keine Sicherheitsmaßnahmen, ja? Kein Antivirenprogramm oder so. Weil wer soll da hinkommen? Bis vor kurzem wusste ja nicht mal wer, wo das Institut überhaupt ist und was überhaupt abgeht. Oh, okay. Ich hatte Angst, dass sie mich zu lange vollsülzen, aber wir konnten schnell in den Innenraum fliehen. Wobei, der Kollege ist ja auch jemand, der sich sehr gern reden hört, ne? Mal gucken. Hallo? Ich habe Meldung bekommen, dass Dr. Lee zu uns zurückkehren wird. Was glauben Sie, wie kooperativ wird sie sein? Tja, sie ist verwirrt. Sie ist auf unserer Seite. Sie wird nicht sehr hilfsbereit sein. Ja, wir fragen hier erstmal nach. Wird man ihr etwas antun? Wird man ihr etwas antun, wenn sie nicht kooperiert? Auf gar keinen Fall. Wir haben große Pläne mit Dr. Lee. Einschließlich des Neustarts, einer ihrer größten Schöpfung. Die goldene Gans zu töten ist sicher das Letzte, was wir tun werden. Sobald Dr. Lee eintrifft, werden wir sie auf der Pridwen verhören. Sie stand zehn Jahre lang unter dem Einfluss des Instituts. Wir dürfen da kein Risiko eingehen. So, und jetzt zu anderen Dingen. Dank ihrer erfolgreichen Aufklärung ist es jetzt an der Zeit, die nächste Phase der Operation zu starten. Ich möchte, dass sie sich bei Proctor Ingram auf dem Flughafen melden. Sie arbeitet an einem Spezialprojekt, bei dem ihre Fähigkeiten gefragt sind. Wow. Wieder einmal wissen sie zu beeindrucken, Ritter. Wegtreten. Toll, jetzt darf ich wieder zu der, mit der wir eben gesprochen haben. Das ist ja Timing. Na gut, dann gehen wir halt nochmal zurück. Dürfen bestimmt, na, nichts aufgefüllt, so sad. Aber hier, aha, die andere Seite. Na guck ihr da. Aber vielleicht kriegen wir da auch wieder eine Institutsmission oder so. Wir werden sehen. Plüschtiere gehören in jedes freie Eck. Das ist Gesetz. Wir sehen, wir haben zwei große Parteien, die jetzt aufeinander clashen. Sehr gut. Tia, der Held. Vier Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Welcher Fraktion möchtest du eigentlich beitreten? Ich weiß es nicht. Cool. Ich bin mir nach wie vor ziemlich unsicher, weil alle haben ihre geilen, aber auch ihre Schattenseiten. Das werde ich vermutlich dann kurz vor knapp entscheiden müssen. Wir gucken nochmal. Mal, dass wir das auch richtig auswählen. Wait, das wollte ich nicht. So, das war auch genau zum Flughafen runter müssen. Herrlich, ey, wie viele Basen wir aber auch wirklich mittlerweile haben und ausbauen können, beschützen müssen und so. Das ist ja unglaublich, was man hier echt an Zeit investieren kann, ja. Ganz abgesehen von dem Schrott sammeln im Vorfeld, dem Zerlegen und dem Aufbauen, was daraus ja resultiert. Ey, das ist schon echt der Wahnsinn, ne. Ja, war das bei den vorherigen Teilen auch schon so krass in diesem Ausmaß oder kam das dann eher mit den neueren, so mit Teil 4 oder in diesem Dreh eben? Wilde Nummer. Das finde ich echt enorm, ja. Also wenn ich da an Assassin's Creed denke, an Valhalla, da hatten wir ja auch schon wirklich fette Systeme. Aber in diesem Ausmaß, ja, war ja dann zum Glück, könnte man sagen, keins dabei. Weil das im Stream alles auszubauen, das würde, glaube ich, so ein paar Rahmen sprengen. Verzweifle nicht, Bruder. Wir sind hier, um das Commonwealth zu retten. Okay, ich muss echt sehr verzweifelt aussehen. Weiß gar nicht, wie die darauf kommen. Bin auch voll der nice Boy einfach. Teil 4 war der erste mit dem Bauen. Okay, ja, umso krasser, dass das gleich solche Ausmaße angenommen hat, oder? Interessant. Ich wette, du bist ganz wild darauf, dir die Hände bei unserem neuen Projekt schmutzig zu machen. Wie viel hat dir Maxen darüber erzählt? Äh, Projektgeheimhaltung. Nichts, ja. Er hat mir rein gar nichts gesagt. Klingt vernünftig. Wir haben versucht, es geheim zu halten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Komm, hier lang. Sofern du nicht blind wie ein Maulwurf bist, ist dir sicher schon aufgefallen, dass wir auf dem Rollfeld ein Gerüst errichtet haben. Aha. Der Horde ist mein Vorteil. Der Horde schafft, wenn wir gegen das Institut antreten. Die Pridwen ist zwar ein mächtiges Ding, aber sie ist kein Schlachtschiff. Und da kommt unser neues Projekt ins Spiel. Okay. Eine riesige Bombe. No. Das sieht aber noch nicht... ...diesem Lagerraum sind die Überreste von Liberty Prime. Final aus. Der Horde schafft hat ihn im Oetland der Hauptstadt als Waffe gegen die Enklave eingesetzt. Er ist der fortschrittlichste Roboter, der der Bruderschaft je zur Verfügung stand. Oh. Leider wurde Liberty Prime im Dienst zerstört. Ich habe den Großteil der letzten Jahre damit verbracht, ihn wieder zusammenzusetzen. Und wenn du denkst, das wäre einfach, dann versuch mal einen Protektron mit verbundenen Augen zu bauen. Hm. Das klingt ja super. Um Liberty Prime voll einsatzfähig zu bekommen, brauchen wir deine Hilfe. Ja? Meine Hilfe? Ich habe absolut keine Ahnung von Roboter-Reparaturen. Warum überlassen wir das Reparieren nicht meinen Gelehrten? Du bist für die Laufarbeit zuständig. Okay. Die gute Nachricht ist, dass wir die meisten Teile von Prime bereits zusammengesetzt haben. Die schlechte Nachricht ist, dass es mehr als ein paar Nieten und etwas Schweißarbeiten brauchen wird, um ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Das erste Problem ist die CPU. Sie ist sehr instabil und jedes Mal, wenn wir sie an den Stromkreis anschließen, haut es sie raus. Okay. Stromprobleme? Mehr Generatoren? Es muss doch einen Weg geben, das zu lösen. Ich erledige sämtliche Wartungsarbeiten auf der Pridwin. Da sollte man meinen, das sei kein Problem. Auch wenn ich es nicht gerne zugebe. Prime's Energiesystem überschreitet meine Fähigkeiten. Zum Glück konntest du Dr. Madison Lee überzeugen, zur Bruderschaft zurückzukommen. Sie gehörte zu dem Team, das Liberty Prime vor gut einem Jahrzehnt entwickelt hat. Ich habe schon mit ihr gesprochen, aber aus irgendeinem Grund möchte sie ungern an Prime arbeiten. Wenn du sie dazu bringen könntest, hier runterzukommend uns zu helfen, kriegen wir den großen Kerl vielleicht in Gang. Ah ja. Na, dann probieren wir das mal. Wir waren ja neulich sehr überzeugend. Woidi, Dankeschön für, wo ist er denn, 38 Monate. Vielen Dank. Mann, pinker Frosch. PS, Pepe wird endbar sind Shadowlands. Spoiler doch nicht alles. Woidi, essen hatten wir noch die Reste vom Nudelauflauf heute. Dankeschön. Könnte die Frau nicht wirklich nur keine Beine haben? Sieht jedenfalls so aus, weil auch die beiden Stumpfe ungleich groß sind. Sieht eher so aus, als ob sie ihre Beine verloren hat. Wo ist sie denn hin? Also ich habe eben auch nochmal drauf geschielt. Und diese leeren Gerüste der Beine, die sahen halt wirklich, naja, sehr leer aus. Und da kann man ja eigentlich nicht allzu viel rumzaubern. Also da könntet ihr nicht haben. Denke ich schon. Sohi, Hallöchen. Grüße. Das Institut könnte den Mecha zum Laufen kriegen. Aber ob sie die Hilfe wollen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ob der dann auch Autobots transformieren kann? Der Mr. Prime. Ich weiß ja nicht. Vielleicht haben wir dann irgendeine geheime Karte in unserer Brille verzeichnet oder so. Aber viel mehr können wir ja auch nicht machen. Irgendwelche Daten. Ein Terminal. Nein. Was ist das hier? Das können wir nicht nehmen. Das sind auch irgendwelche Beine. Vielleicht sind das ihre. Und sie hat sie hier verlegt. Das wäre auch scheiße. Gehst du an der Arbeit nach Hause? Liegst im Bett und dann fällt dir auf. Oh. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Meine scheiß Beine, Junge. Meine scheiß Beine. Ist sie das da oben? Ist sie jetzt so schnell hier rüber geflitzt? Ja, ne? Hallo? Na? Das sieht echt so aus, ne? Ihr habt recht. Das sind so Stumpis. Das sind so Stumpis. Ich meine, wenn jetzt die hier nicht wären, dann hätte es ja auch sein können, dass sie ihre Beine einfach so nach oben geklappt hat. Wisst ihr? So einmal mit einem lauten Knacken so angewinkelt, dass man den Fuß dann auf die Schulter legen kann. Bitte nicht probieren, ja? Aber das hätte ja auch sein können. Es ist ein bisschen enger und unbequemer in der Rüstung. Aber das scheint hier wirklich so zu sein. Da unten ist ja auch extra so eine Auflage für den Fuß, ne? Dass wir hier von einem Beinverlust sprechen. Oh, oh, oh. Die Arme. Jetzt muss sie dauerhaft in der Powerrüstung rumrennen. Keine Beine, keine Kekse, denke ich auch. Marv, hallöchen. Okay, dann sprechen wir mal mit Frau Doktor. Und ich freue mich schon, wieder random von 1000 Wachen angequatscht zu werden. Yay! Sie hatte beim ersten Treffen gesagt gehabt, dass sie ihre Beine verloren hat und dass sie es extrem nervt, immer im Anzug rumzurennen. Ey, Kalle weiß einfach Bescheid. Siehste, hatte ich voll nicht mehr auf dem Schirm. Dankeschön. So viele Sachen immer, die die Leute auch erzählen. Und ich kriege höchstens die Hälfte zusammen. Ey, gut, dass ich keine Fallout-Lore mache. Das wäre ein bisschen schwieriger für mich geworden. Dankeschön. Du schließt dich dem Institut an, klaust den Mecher. Das wäre doch ein geiler Plot. Und ja, sie hat keine Beine mehr. Hab sie mal darauf angesprochen. Auch schön, ne? Ey, sag mal, hast du eigentlich keine Beine mehr? So gleich beim ersten Treffen, weißte. Ganz aufentspannt. Ja, wäre ein interessanter Plot. Das stimmt wohl. Alter. Könnte nur schwierig werden, ne? Den Bot dann irgendwie auf so einer Teleport-Plattform zu hieven oder dann alles von der Bruderschaft platt zu machen, um da ranzukommen. Oh, oh, oh. Das wäre auch ein bombastischer Plot, ne? Da würde eine Menge in die Luft fliegen. Ich glaube, sie sagt im Laufe des Games noch, dass sie in irgendeiner Schlacht ihre Beine verloren hat. Ja, vielleicht war das auch echt am Anfang, ne? So nach dem Motto, bevor du blöd fragst, so ich droppe das einfach mal. Vielleicht hat sie das damals in der Schlacht auch gesagt, ne? Hat sich dann verklickt, hat ihre Beine gedroppt. Das wäre belastend. Hallo? Dr. Quinlan abgegeben werden soll. Ah ja. Die erinnern uns gerade nochmal an die Geschichte mit den Dokumenten. Ich habe den Schlüssel nicht. Oh. Da kann ich noch nicht rein. Aber war das nicht hier? Habe ich mich beim letzten Mal nicht auch irgendwie? Irgendwie verguckt? Bei den... Nice. Bei den Quartieren? Oder sind wir jetzt auf der anderen Seite wieder? Irgendwo war hier doch direkt. Hier, maybe? Ah ja. Hätte nie gedacht, dass Dr. Lee zur Bruderschaft zurückkommt. Aber du bist nicht hier, um dich über Geschichte zu unterhalten, nicht wahr? Ne, ich habe diesmal... Hast du Dokumente, die du abgeben möchtest? Ja. Oder möchtest du auf Forschungspatrouille gehen? Ich möchte diesmal wirklich Dokumente abgeben. Ich habe technische Dokumente für dich. Sieht vielversprechend aus. Du hast wirklich Talent dafür. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube dieser technischen Dokumente. Durchsuche jedes Gebäude, das du während deiner Patrouille erkundest, höchst sorgfältig. Du wirst angenehm überrascht sein, was da alles zu finden ist. Yo. Toll. Beim letzten Mal hat er uns ja so zusammengeschissen, warum wir ihm Dokumente bringen, die gar keine sind. Diesmal hatten wir Glück. Hallöchen. Entschuldigung, Dr. Lee. Wenn du hier bist, um mich zur Mitarbeit an Liberty Prime zu überreden, dann vergiss es. Nö. Sarkastisch. Einer von uns hat gelogen. Und ich war es nicht. Versuch nicht, mir was anzuhängen. Ich habe gesagt, dass ich zur Bruderschaft zurückkehre. Und das bin ich. Aber du hast vergessen zu erwähnen, dass ich an Liberty Prime arbeiten soll. Das ist mir mit der Bruderschaft schon einmal passiert. Warum sollte ich denselben Fehler nochmal machen? Oh, haben wir... Ah, wir haben keine Perk-Optionen, ne? Nichts gelbes. So sad. Howie, hi. Zögerliche Hilfe, Gier des Instituts. Ja, wir wollen ja alles retten. Weil es wichtig ist, was mit dem Commonwealth geschieht. Weißt du, würde irgendjemand sonst in einer Bruderschaftsuniform das sagen, würde ich ihn auslachen. Bei dir glaube ich sogar, dass du das ernst meinst. Sag Proctor Ingram, sie soll ihre Gelehrten bereithalten. Es wird eine Menge Arbeit sein, Liberty Prime wieder funktionstüchtig zu bekommen. Aber wir werden es schaffen. Jo, das ging einfacher, als ich erwartet habe. Okay, ich dachte, wir müssen jetzt mega austarieren, welche Optionen wir nehmen. Und haben wieder so dunkelrote, weil sie gar keinen Bock hat und müssen dann mit Ladykiller komplett reingönnen. Aber nö, das war ja easy game, ne? Sie hat insgeheim bestimmt auch Bock. Vielleicht ist sie einfach jemand, der sich auch gerne bitten lässt, ne? Das könnte auch sein. Dann können wir gleich wieder runter. Und dann sind wir heute hier der Bruderschaftslaufbursche, ne? Nachdem wir am Anfang die große Supermutantenmetzelei hatten, sind wir jetzt erstmal nur am Flitzen. Mit Vater müssen wir auch noch quatschen. So sieht es aus. Scholino, hi. Grüße. Die andere Seite bei Muisala. Ob der auch technische Dokumente hat, ich weiß ja nicht, ne? Der hat bestimmt großen, bösen Voodoo. Aber mehr werden wir von dem, denke ich, nicht bekommen. Hat sich ältester Maxon die Narbe in seinem Gesicht bei einem Zweikampf gegen eine Todeskralle geholt? Die Geschichte erzählen die echt gerne. Aber no joke, wenn ich diese Narbe hätte, aus einem Duell mit einer Todeskralle, ja? Am besten noch mit Boxernschuhen, hatten wir ja auch schon mal einen gefunden. Dann würde ich die, glaube ich, auch ständig erzählen. Einfach so. Wenn ich draußen, wenn ich immer draußen rumlaufe, mir kommt wer entgegen, ja? Sag ich auch, hallo, haben Sie einen Moment Zeit, um Infos zu kriegen? Ja? Dass ich Ihnen Infos geben kann über meine Narbe. Und dann würden die Leute einfach schreiend wegrennen, ne? Weil die Narbe ist dann plötzlich auf dem Arsch, ne? Dann rennst du immer draußen nackt rum. Wenn die Polizei kommt, sagst du, ja, ich will nur Geschichten erzählen, Leute. Nur Geschichten über meine Narbe. Schauen Sie mal. Oh, das wäre echt belastend. Da haben wir in der Hinsicht Glück, dass diese Szenarien ja eher unmöglich sind. Weil so viele Todeskrallen habe ich IRL auch noch nicht gesehen. Skyrim wird im November 10 Jahre alt. 10 Jahre Skyrim. Auch krass, oder? Deine Geschichte wird aber bestimmt viel heroischer klingen. So im Motto, sie war mega mutiert, 100 Meter groß und ich hatte nur ein Kampfmesser und meinen treuen Hund. Ja, das kommt sehr, sehr gut hin. Guti. Jetzt, da wir die Informationen über das Institut haben, können wir sie verwenden, um die Oberhand zu gewinnen. Das ist toll. Du hast sowieso immer die Oberhand, wie du hier stehst und mich voll sabbelst, ne? Die letzte Person, die einen Befehl von Captain Kells nicht befolgt hat, durfte Rost vom Rumpf der Pridren abschaben. Von außen. Von außen. Oh Junge, da sollte man keine Hühnangst mitbringen, glaube ich. Entschuldigung, Proctor Ingram. Tja, das ist doch mal ein guter Start. Oder nicht, Doktor? Das hoffe ich. Primes Speicherkern hat beträchtlichen Schaden genommen. Ich wünschte, deine Leute wären etwas vorsichtiger gewesen, Proctor. Die gute Neuigkeit ist, dass ich den Schaden reparieren kann. Es sollte also möglich sein, die CPU mit Energie zu versorgen, ohne dass sie sich überlädt. Natürlich nur, wenn mir deine Leute nicht ständig im Weg stehen. Oha. Sie ist äußerst lebenswürdig, nicht wahr? Ja, mega. War das ein Fehler? Später wiederkommen. Tut mir leid. Nö, alles okay, oder? War es ein Fehler, sie um Hilfe zu bitten? Nein, keine Sorge. Nein. Wir mögen uns vielleicht nicht besonders, aber wir bekommen das hier schon hin. Außerdem ist Doktor Lee den ganzen Ärger wert. Sie hat am ursprünglichen Design von Prime mitgearbeitet. Besser hätten wir es nicht treffen können. Es läuft wirklich gut. Daher sind wir jetzt sogar schon so weit, dass du seine elektromagnetischen Aktuatoren bauen kannst. Okay, what? Wozu dienen diese Aktuatoren? Ist eigentlich ganz einfach. Die Aktuatoren ermöglichen es, dass Liberty Prime seine Arme und Beine bewegen kann. Primes neue Gliedmaßen sind viel zu schwer für die einfachen Hydraulikkolben, die er vorher hatte. Wir müssen die Kolben rausholen und ein neues System mit Elektromagneten in seinen Gliedmaßen einbauen. Und dafür sollst du uns die Aktuatoren bauen. So, jetzt weißt du, wozu die Aktuatoren dienen, aber du musst noch wissen, wie du sie herstellst. Das sind die Pläne und die Materialliste. Verlier sie nicht. Und bevor du dich aufregst, weil es so viel ist, den Großteil der Materialien haben wir hier im Flughafen. Das einzige, das du für uns finden musst, ist ein Hochleistungsmagnet. Laut Proctor Quinlan findest du den am ehesten in einem der alten Krankenhäuser im Commonwealth. Oh no. Wir haben schon ein paar Teams losgeschickt, um die anderen Hochleistungsmagneten zu finden, die du brauchst. Sie sollten zurück sein, wenn du wieder hier bist. Wir brauchen je einen Aktuator für jede der Gliedmaßen. Du musst also insgesamt vier Stück bauen. Viel Glück. Das klingt ja voll toll. Einen Hochleistungsmagneten. Ich glaube, so einen haben wir noch nicht gefunden, oder? Wir können gerne bei unserer Sammlung in unserer Siedlung nochmal schauen. Aber ein Hochleistungsmagnet? Ich glaube, da würde ich mich erinnern. Jimmy, hi. Prime ist gleich Amazon Prime. Ja, wir bauen diesen Bot ja, um das ganze Commonwealth zu retten. Und das geht natürlich am besten, indem alle kostenlos abonnieren können. Also das ist eine logische Sache. Und der bringt denen dann 24-7 diese Informationen. Welche Fortschritte bei den Aktuatoren? Liberty Prime wird ohne Arme und Beine nicht weit kommen. Ja, dann können wir ihm ja so einen Hügel runterrollen oder so. Und dann stellen wir diesen riesen Bot einfach in verschiedene Städte. Und dann schreit er immer, Twitch Prime ist kostenlos. Und dann haben wir das Ganze hier gerettet. Den ganzen Laden konnten wir dann saven. Großartig. Okay, in Krankenhäusern. Da waren wir doch erst. Warum war kein Magnet großer im OP-Saal, den wir geöffnet haben? Traurig. Einen Hochleistungsmagneten. Dann reisen wir erstmal rüber nach Sanctuary. Und gucken, ob ich nicht vielleicht doch irgendwo einen eingelagert habe. Wer weiß. Der In-Game-Mu-Bot, genau. Musst dir mal vorstellen, dass Nagasaki und Hiroshima in dem Zustand da seit 1945 waren. Und sind. Schön ist anders, oder? Schön ist anders. Stisee, zwei Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Ne, bauen wollte ich nicht. Sondern Transfer. Und das wird ja, ich denke mal, auch irgendwas mit S sein, oder? Oder beim Magnet einfach. Oder eher bei Supermagnet. Hier ist noch random eine Maschinenpistole mit drin. Geil. Okay. Kann man machen. Militäruniform. Boah, hier ist auch die ganze Raider-Rüstung. Ich habe ja am Anfang ja alles reingeschmissen. Was nicht bei drei auf dem Baum war. Uff. Äh, ein Spanner. Okay. Springmesser. Sturm-Gas-Maske. Ey, hier ist einfach alles drin. Aber ein Supermagnet sehe ich nicht. Super müsste jetzt ja hier irgendwo sein. Oder ist das im Englischen dann ein Megamagnet oder so? Ey, weiß nicht genau. Ich gucke nochmal in die Quest eben. Daten. Hochleistungs-Magnet. Hm. Da ist jetzt die Frage, ne? Ob der hier mit drin wäre. Was ist denn Hochleistung? Weiß es zufällig, wer? Wie das im Englischen dann aussehen würde? War die Kuh da gerade auf dem Dach? Ihr habt sie nicht gesehen. Ist es so? Ich sehe sie nicht. Aber es ist denkbar, ne? Also in Fallout ist es durchaus denkbar, dass die Kuh hier irgendwo auf dem Dach rumsteht oder so. Das wäre wenig verwunderlich. Wie in den 90ern auf einer Technoparty. Alles reingeworfen, was da war. Irgendwelche Lederrüstung, ja. Läuft. High Performance. Oh, High ist natürlich ein guter Ansatz. Da können wir nochmal schauen. Bei H. Und wenn nicht, dann checken wir mal so ein bisschen die Krankenhäuser, ne? Hol mal. Oh, Mikroskop. Ach, scheiße. Ich dachte High-Powered Magnet. Aber nein. Ne, haben wir glaube ich nicht. Ich bin auch der Meinung an einen großen Magneten. Da würde ich mich erinnern. Dann müssen wir nochmal gucken. Meint das Gebäude, wo du gerade drin bist? Nein, hier? Hier auf dem Dach? Ach so. Oh. Yo, was? Okay. Carla. Irgendwas ist mit deiner Kuh? Wie sagte Bushido das einst so schön? Wenn ich rappe, ist die Kuh auf dem Dach. Und wir sehen hier, er hat recht. Wir sehen hier, er hat die Zukunft vorhergesagt. Okay. Bushido, einer der großen deutschen Visionäre. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Ja, das ist voll okay. Voll okay. Dieser Magnet ist ja eine Art Quest-Item. Ah, ja gut. Dann können wir ihn noch gar nicht haben. Dann gucken wir uns mal um. Meppo meinte gerade schon, er hätte einen Tipp, in welchem Krankenhaus wir vielleicht am ehesten schauen sollten. Meppo, diesen Tipp würde ich durchaus annehmen. Damit ich jetzt nicht bei meinem üblichen Glück von sieben Krankenhäusern genauer die sechs falschen zuerst erwische. Da denke ich, das ist durchaus ein Hinweis, den wir im Rahmen unserer Möglichkeiten annehmen können. Damit wir das auch zeitnah irgendwie gebacken kriegen. Wenn sie da rauf gekommen ist, schafft sie es auch wieder runter. Ja, Kühe sind ja auch wie Katzen. Die landen immer auf ihren Kuhpfoten. Darum müssen wir uns ja keine großen Sorgen machen. Wer auf alle Dächer guckt, nur nicht auf das, wo er drunter steht. Ja, hier ist gar keine Kuh. Lüge, Lügenpresse und so weiter. Mit Mods oder ohne? Meinst du jetzt generell hier Fallout? Mit so ein paar Mods wie Copyright-Musik ist gemutet und Schrott wiegt weniger bis gar nichts. Also das sind die Mods, die ich momentan benutze. Warum hat dein Char eigentlich immer eine Maske auf? Weil hier so wenig Stroh rumliegt. Deswegen muss ich mich einfach so ein bisschen mit der Situation arrangieren. Ist hier eigentlich noch irgendwas groß drin? Nö. Haben wir hier zufällig noch einen Random Comic liegen? Auch nicht. Das war vorhin einfach reingelackt. Wäre ja schön, wenn ihr irgendwer seine Comicsammlung immer so ein bisschen mit uns teilt. Wir können ja mal schauen, in welchem Krankenhaus wir noch nicht waren. Candle waren wir. Vielleicht haben wir noch irgendwo so eine Markierung. Candle hatten wir. Das ist irgendwie Polizei oder Armee gelüht. MedTech Research. Und hier Medford waren wir vorhin. Nicht im Krankenhaus, sondern von Händlern. Oh, okay. Ich habe Händler bei mir in Sanctuary. Und da kann ich einen kaufen. Aber andere Händler müssen auch welche haben. Klappe einfach mal alle Händler ab. Ja gut, dann könnten wir, könnten wir, ich schätze mal Gammelkala hat keinen, aber vielleicht sehen wir die gerade zufällig, wenn ihre Kuh da oben noch steht. Dann könnte man in Diamond City mal gucken wegen so Magneten. Dann würden wir natürlich eine Menge Muni sparen. Ob eine Menge Geld. Mal sehen, wie viel so ein Supermagnet dann kostet. Aber ich gehe stark davon aus, dass Gammelkala keinen Supermagneten hat. Dann checken wir mal Diamond City. Und wo war das denn? Hier unten. Da. Ja. Vielleicht haben wir da einen Händler. Dieser komische Bot, der immer da ist. Auch abends. Logischerweise, weil der Bot nicht schlafen muss. Ja. Der sagt doch immer, ich habe alles. Hier gibt es alles. Und vielleicht hat er auch wirklich so einen Magneten. Ob er den zu einem brauchbaren Preis bekommen ist, wie gesagt, die andere Frage. Wo ist er denn? War der nicht hier irgendwo? Ist er jetzt doch schlafen? Das heißt, dass in den Boston Commons irgendein verrückter Vogel wohnt. Oder irgendwas in der Art. Ein verrückter Vogel oder irgendwas in der Art. Alles klar. Ich hoffe, dir gefällt dein Aufenthalt in Diamond City. Da ist er schon wieder. Der Burgermeister. Hier ist so eine Powerrüstungsstation. Habe ich das geträumt? Mit dem Bot? Vielleicht. Ich kenne dich nicht. Also bleib weg von mir. Nee. Warum? Weil ich dich nicht kenne. Und ich werde keinen Sünd bedienen, der sich als Mensch ausgibt. Oh, wow. Also bist du einer? Ein Mensch? Ich erinnere mich. Sarkastisch. Nein. Ich bin Jengos, der Mondaffe. Genau das würde ein Sünd tun. Ach so. Oh. Sowas wie du wird hier nicht bedient. Wow. Wow. Dann warten wir mal auf den Bot. Der ist echt nur abends da. Dann probieren wir es mal mit dem. So. Dann warten wir ein bisschen. Schön hierbei. Regen ist schon schick, oder? Ja? Das ist schon schick hier. Warte, du ein gewöhnliches Stück Holz kaufen. Ein Schlagholz ist ein handgefertigtes Stück aus echtem Hickory. Junge, hier ist alles gerade so friedlich. Das ganze Ambiente ist einfach nur schön. Oder er schreit komplett rum. Was ist mit ihm? Was ist denn nur mit ihm? So, es wird dunkel. Sie ist weg. Und da ist der Bot jetzt. Ja. Okay. Dann gehen wir einmal rüber. Und gucken, ob... Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Ja, dann lass es doch. Was ist mit dir? Oh, ich hoffe, Sie sind hier, um etwas zu kaufen. Denn das ist mein Leben. Na klar, Percy. Zeig mal. Zeig mal, was du so hast. Absolut alles. Ah, das klingt sehr, sehr gut. Er hat wirklich absolut alles. Wir suchen einen Magneten. Chinesisches Offiziersschwert. What? Okay. Kann man machen. Eichhörnchen am Stiel. Fusionszellen. Wollen wir gleich noch mal welche mitnehmen? Klar, machen wir. Hatte ich so noch irgendwas mitgenommen zum Verticken? Baseball-Granaten werde ich halt eh nicht benutzen, oder? Die ziehen wir aber beide mal rüber. Machen wir. Ansonsten. R-Kategorie geht so, ne? Na gut. Fusionszellen. G-Stock. Da ist er. Da ist er wirklich. What? High-Powered Magnet. Ja, geil. Er hat echt alles. Wie schön. Ich freue mich, dass ich mir diesen Satz gemerkt habe von ihm. Dass er wirklich alles verkauft, ne? Okay. Handel bestätigen. Zack. Und passt. Bau elektromagnetische Aktuatoren. Okay. Jetzt ist halt nur die Frage. Haben wir auch genügend Kram für das andere Zeug, ne? Das werden wir dann jetzt rausfinden müssen. Mal sehen. Aber den Magneten haben wir schon. Dankeschön für den Hinweis. Alle hassen Synths in der Stadt. Aber was ist mit dem Roboterverkäufer oder dem asiatischen Kochroboter? Auch eine Art Synth. Ja, aber die versuchen zumindest nicht menschlich zu sein, ne? Die Angst von denen geht ja auch häufig damit einher, dass sie keinen Bock drauf haben, ersetzt zu werden. Da war ja auch diese ganze Thematik mit den entführten Kindern. Und auf einmal ist dein bester Freundenssynth und so und keiner weiß, was die Scheiße soll. Aber wenn du als offener Bot da arbeitest oder lebst, ne? Dann bist du vielleicht für viele direkt ungefährlich. Könnte ich mir vorstellen. Ja, dann müssen wir jetzt an unserer Station sicherlich basteln. Mal sehen. Hier drüben ist ja unsere Werkstatt. Ich weiß jetzt nur nicht. Müssen wir das dann drin bei dem Robo machen? Oder so, Spezial. Ja, lass mal sehen. Elektromagnetischer Aktuator. Da haben wir, wie es aussieht, genügend von. Und ich kann auch nur hier in diesem Areal bauen. Ist das dann egal, wie ich die jetzt anordne? Oder haben wir irgendeine spezielle Anleitung noch bekommen? Ne, ne? Hier ist ja unser Signal gelönt, womit wir das erste Mal ins Institut geballert sind. Und ich glaube, wir haben auch keine weitere Anleitung bekommen. Bitte, dass ich helfen konnte, freut mich. Das sind Synth der Serie 1. Sie sind okay. Ah, siehst du ja mit diesen Serien auch noch. Da hat uns ja Nick, unser guter Detektivsfreund, eine Menge auch von erzählt. Was diese Weiterentwicklungen und so angeht. Und die Ersten, die können das vielleicht auch gar nicht, wovor die Angst haben. Ja, mit diesen Menschen ersetzen und sich anpassen und so. Ne, das ist halt einfach ein Kochbot. Ja, das ist wie so ein Herd, wie so ein Backofen. Da haben sie nicht so viel Schiss vor. Gut, dann pflanzen wir doch einfach mal welche hin. So, 1 von 4. Äh, so. 2 von 4. 3 von 4. 4 von 4. So, abgeschlossen. Okay, sprich mit Ingram. Das war doch recht schnell. Kann ich damit irgendwas machen, aktivieren? Aber braucht vermutlich auch erstmal noch Strom oder so. Dogmeat, komm, wir gehen mal schnell wieder weg. Das explodiert bestimmt Zeit, ne? Mal mal Fernlicht aus da vorne. Was ist mit dem denn los? Moin. Na? Kein Dialog? Wir werden nicht vollgelabert. Was ist denn hier los? Bin ich dezid oder so? Erstmal Panik speichern. Moin. Dr. Ingram. Das wären alle 4 Aktuatoren. Gebaut und bereit. Gute Arbeit. Genau zur rechten Zeit. Ich habe die Arbeit an den grundlegenden Systemen beendet und Prime ist stark klar. Es wird sogar langsam schwierig, dem System zu erklären, weshalb es sich nicht bewegen kann. Sobald meine Gelehrten die Aktuatoren eingebaut haben, können wir die Arme und Beine anbringen. Was mich zu deiner nächsten Aufgabe bringt. Yay. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Prime sprechen und sich bewegen kann. Aber es fehlt noch ein wichtiges Element. Seine Atomwaffen. Oh. Toll. Woraus besteht Primes Bewaffnung? Prime hat zwei Waffensysteme. Seinen Augenlaser und seinen Atomwaffenrucksack. Der Augenlaser kann feindliche Ziele über mehrere hundert Meter hinweg treffen und ausschalten. Uff. Seine Atomwaffen waren angepasste Mark 28 Atombomben. Die haben sie während des Kriegs mit Flugzeugen abgeworfen. Eine dieser Bomben hat die Sprengkraft von drei oder vier Fatman-Granaten. Okay. Kurz gesagt, was immer davon getroffen wird, steht nicht wieder auf. Sein Augenlaser ist fast einsatzbereit, aber ohne Atomwaffen für seinen Rucksack halbiert sich seine Kampfkraft. Tja, dann sollten wir wohl so ein paar Granaten-Bomben-whatever finden. Sollte kein Problem sein. Sag mir einfach, wo sie sind. Ich wünschte, ich könnte. Primes Bombenrucksack ist auf Mark 28 Atombomben ausgelegt. Das sind die Bomben, die während des großen Kriegs aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Im Commonwealth befanden sich mehrere Basen der Luftwaffe. Daher waren wir davon ausgegangen, dass wir problemlos genug Bomben finden würden. Aber seit unserer Ankunft haben unsere Speer-Teams nicht eine Bombe gefunden. Das wird ein Problem sein. Ohne Atomwaffen-Rucksack wird Prime nicht die nötige Feuerkraft haben, um gegen das Institut zu bestehen. Tja, dann müssen wir wohl selber welche basteln. Na, da sehe ich mich ja mit meinen feinfühligen Gorilla-Pranken. Kann ich die Atomwaffen nicht bauen? Genau wie die Akkuatoren? Ich könnte dir tausende von Hülsen bauen, aber wir haben nichts, um sie zu befüllen. Die Mark 28 haben einen speziellen Sprengkopf, für den eine bestimmte Mischung von spaltbaren Materialien erforderlich ist, damit er funktioniert. Anders gesagt, ich würde dir liebend gerne einen Cocktail mixen, aber ich habe keinen Alkohol mehr. Bevor du aber jetzt die Hoffnung aufgibst, eine Möglichkeit gibt es. Dr. Quinlan hat Aufzeichnungen entdeckt, in denen von einer Militärbasis die Rede ist, in der Atomwaffen gelagert wurden. Wir sind relativ sicher, dass da auch ein paar Mark 28 dabei waren. Das Problem ist nur, dass sich die Basis irgendwo im leuchtenden Meer befindet. Oh no. Come on, da sind wir bestimmt schon dran vorbeigerannt, oder? Nicht schubsen, ich habe Atomwaffen im Rucksack. Genau, Lausbub, hi. Nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder. Fühle ich. Doch, du solltest besser deine Strahlenschutzausrüstung rauskramen. Gelehrte Halen hat einen Kommunikationspunkt am Rand des leuchtenden Meers eingerichtet. Ich schlage vor, dass du dich zuerst zu ihr begibst, um ein Meldungsprotokoll zu vereinbaren, damit die Atomwaffen per Lufttransport abgeholt werden können, wenn du sie gefunden hast. Bis du zurück bist, haben wir die Arbeit am Crime hoffentlich beendet, und du kannst ihm Hallo sagen. Viel Glück, Ritter. Toll, das leuchtende Meer. Juhu. Ja super, die ganze Welt ist im nuklearen Krieg untergegangen, und darum ist das alles in dem Zustand, und die Klappstühle wollen noch mehr Atombomben in der Gegend rumwerfen. Ja, und dann auch gleich die mit Doppelwumms, ne? Jetzt werden die Fatman-Teile nicht schlimm genug. D.K., Hallöchen. Egal, was du jetzt machst, gib nicht bei Google ein, wie baue ich Atombomben. Ja, wie mixe ich nukleare Materialien selber, Hashtag Dark Web und so. Ja, das sollte man vielleicht lieber lassen, ne? Das sollte man lieber lassen. Liebe FBI-Agenten, es war nur ein Gag. Okay, wir spielen Fallout, bitte nicht die Wohnung stürmen. Gut, dann holen wir unsere Powerrüstung, oder? Ja, und dann gucken wir uns das natürlich an, und die dürfte stehen in Sanctuary, und die hat eigentlich nicht viel Schaden genommen, oder? Die hatten wir ja im Institut dabei, und da hatten wir ja keine Kämpfe, ne? Da sind wir ja eigentlich nur rumgeflitzt, alle waren ziemlich nett zu uns. Mal sehen, wie es weitergeht mit uns und der Rüstung. Pizza im Ofen, jetzt nur noch warten. Vorfreude ist doch die schönste Freude. Das sehe ich ganz genau so. Joa, äh, wo sind sie denn? Hier ist eine, aber das ist unsere, die wir immer genommen haben, oder? Ja, da ist der Fusionskern auch noch drin, weil ich ihn mal wieder nicht rausgenommen habe. Toll, Reaper, Hallöchen. Dann mal rein in die gute Stube. Was machen wir heute? Wir bauen Atombomben mit Craft. Ja, statt Sonnen... Ja, what? Alter, was labern die alle durcheinander, wenn ich hier einsteige? Was war denn das gerade? Ich wollte gerade sagen, statt Sonnentänzer bauen wir jetzt ein paar Bomben. Ja, ein bisschen MacGyver-Style. Und auf einmal labert jeder in der Siedlung. Was zum Teufel, Mann? Wir müssen dringend los. Sehr, sehr dringend müssen wir los. Äh, Liberty mit gelehrter Haylen. Ist das nicht auch die Tante, die wir in der Polizeistation ursprünglich kennengelernt hatten? War das nicht Haylen? Vielleicht habe ich das geträumt. Schrottpalast ist abgeschlossen, dann gehen wir von hier aus mal da runter. Let's go. Fallout, so wie es jetzt ist, ist erst seit Teil 3. In Teil 3 hat ein Char sogar nicht mal gesprochen und du konntest ihn nicht im Aussehen verändern. Die ersten zwei Teile waren 2D mit Blick von oben. Erst als Bethesda das Franchise gekauft hat, haben sie es zu dem gemacht, wie wir es heute kennen. Okay, krass, dass das so unterschiedlich war, hätte ich ja nicht gedacht. Dankeschön für diese Info. Was macht Dogmeat schon wieder? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ne, ne, da sind bestimmt wieder Meierlurks und so ein Geschisse. Und da hier alles abgeschlossen ist, müssten wir doch hier durchrennen können, oder? Wir werden sehen. Ich mache das mal ganz unauffällig. La, la, la. Ich bin's. In der Powerrüstung. Yeah, yeah. Ja, hier ist auch alles zu. Wieso? Irgendwo muss ich ja doch durchkommen. Da ist so eine Art Aufgang. Den nutze ich. Ich weiß schon, warum ich Klappstuhlbruderschaft nach der ersten Mission mit Dance abgeschossen habe. Manchmal riecht man, wie sich das entwickelt. Das stimmt wohl. Möchtest du die High-End-Powerrüstung haben? Irgendwann vielleicht, aber momentan hätte das keine große Priorität bei mir, glaube ich. Da wir ja erstmal hier in Sachen Story und so vorankommen möchten. Merke gerade wieder, wie man halt, warte, ich muss nochmal speichern. So, wie man halt auch Spielspaß aus Spielen nehmen kann. Hockey auf der PS wieder ausgepackt. Bei der einen Schwierigkeitsstufe spielt man alles im Grund und Boden, also langweilig. Eine Schwierigkeitsstufe hochgehen und man bekommt nur aufs Maul. Ziemlich demotivierend. Der Schwierigkeitsgrade waren früher ja sowieso so ein Mythos für sich. Auch wenn ich an die ersten Gameboy-Spiele und so denke, für die nehmen wir die kleine Gun. Da hatte man ja oft gar keine Option. Da gab es so eine einheitliche Schwierigkeit und entweder du warst gut genug oder hattest du halt Pech. Musstest Papa fragen oder den großen Bruder. Und wenn die es da nicht drauf hatten, könnte die jetzt bitte sterben, da fuck. Dann hat dir das auch nichts genützt. Bam, schönster Splatter, die Reudige. Ja, das ist bei alten Games häufig kritisch, sag ich mal. Häufig kritisch. Ey, ist hier jetzt noch eine. Was sollen das jetzt, Mann? Die blähfliegen. Und Dogmeat hat sie einfach zerfetzt. Ich brauch hier sieben Schuss oder was und der Hundi so wuff, wuff, fucker. Auf Wiedersehen. Bis auf die Minute Man sind auch alle anderen Fraktionen nicht ganz knusper im Kopf. Und das will bei Preston was heißen. Das ist wohl wahr, ne? Licht- und Schattenseiten, sag ich nur. Snorbi, hi. Ich schicke dir ein Video einfach auf Twitter, dann kannst du dir die holen, wann du willst. Das ist super, dankeschön. Dann kann ich da jederzeit mal reinschauen. Okay, das sind unsere. Ich wollte gerade sagen, wait, das ist hoffentlich kein Gegner. Guten Tag. Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Hi. Du hast es ziemlich weit gebracht, seit du damals zum Polizeirevier Cambridge gekommen bist. Oh ja, das stimmt. Lang ist her. Und, wie läuft es da so? Eigentlich ziemlich gut. Die Sins haben uns gelegentlich angegriffen, aber bisher konnten wir sie immer zurückschlagen. Dank der Verstärkung und der Luftunterstützung ist die Basis ziemlich sicher, würde ich sagen. Na dann, wilde Guhle. Was ist mit diesen wilden Guhlen? Sind sie immer noch ein Problem? Mit dem Bertie Bird, der uns zur Verfügung steht? Nein, gar nicht. Bertie Bird. Wie dem auch sei. Ich weiß, dass du keine Zeit für Smalltalk hast. Also machen wir uns an die Arbeit. Ich habe die Männer die nötige Ausrüstung aufbauen lassen, um deine Position zu bestimmen, wenn du die Bomben gefunden hast. Wir haben diesen Notrufsender so angepasst, dass er auf einer bestimmten Frequenz sendet, die wir überwachen. Wenn du die Bomben gefunden hast, dann platziere dort einfach den Sender, den Rest erledigen wir. Danach solltest du vermutlich zu Proctor Ingram zurückkehren und ihr Bericht erstatten. Jo, wie einfach das Aufploppen, sie komplett canceled beim letzten Wort. G, G. Ein Pulser, ein Sender. Nehmen wir mit. Wert 5. Erstmal verticken. 0. Dankeschön. Warum muss ich einen Notrufsender benutzen? Solange du keine Funkstation im leuchtenden Meer findest, wirst du mit einem normalen Signal nicht durchkommen. Das Signal des Notrufsenders durchdringt die Interferenzen, sodass wir dich hören können, wenn wir nahe am Rand des leuchtenden Meers bleiben. Ich weiß, dass du schon mal im leuchtenden Meer warst, aber denk daran, den Geigerzähler im Auge zu behalten, okay? Ansonsten wird dich die Strahlung von innen heraus braten. Viel Glück, Ritter. Jo, wie reu dich, Mann. Von innen heraus braten. Und gerade wieder dieser Regen. Ey, das finde ich so cool. Ohne Witz. Weil sowas kann ich mich ja immer wundern. Und ich weiß nicht, ob ihr die Diablo 2 Folgen geschaut habt, war bestimmt als Veteran ein bisschen schwieriger auszuhalten. Aber da habe ich mich dann selber beim Korrekturschauen, es gibt mich ja immer so durch, Qualitätschecken und so, habe mich auch gewundert, was mir immer alles auffällt, so an Kleinigkeiten, wie das Blutspritzt oder wie das Licht ist. Und genau, weil ich auf sowas achte, finde ich das hier echt cool gemacht. Der Anführer der Bruderschaft, Arthur Maxson, war in Fallout 3 noch ein Kind. Jetzt in 4 ist er der Anführer. Nur so als Funfact, boah, das ist auch cool. Sowas finde ich ja immer mega. Hatten wir ja auch in Mass Effect. Ich will jetzt, wo bald die Remakes rauskommen und viele das dann bestimmt auch zum ersten Mal spielen, empfehle ich euch auf jeden Fall. Will ich jetzt nicht spoilern, wie sich da einiges entwickelt, aber das war bei dieser Reihe auch so, dass dann plötzlich einer mal ein Anführer war und einer nicht und so weiter. Und das mag ich sehr, solche Entwicklungen. In den Fallout-Spielen hat man auch viele Verweise zu den Wasteland-Spielen, da man Fallout als inoffiziellen Nachfolger von Wasteland sehen kann. Auch wurde in Fallout 1 und 2 Brian Fargo, Wasteland-Entwickler, in den Credits genannt, obwohl er nie an Fallout gearbeitet hat. Das ist ja auch stark. Habe ich was verpasst? Ich habe immer noch nur die beiden Standard-Quests. Mappo hat so viel an Side-Kram gemacht, dass einfach die anderen Standard-Quests vom Gesamtverlauf, vom Main-Verlauf keinen Bock mehr haben. Da sind die NPCs, die die gegeben hätten, die sind einfach verhungert mittlerweile. Sad. Sad. Okay. Wir gehen mal rein Richtung leuchtendes Meer. Wir haben ja auch noch so ein Serum, oder? Das können wir uns ja dann direkt mal reinpfeifen. Aber ich speichere vor allem nochmal. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich hier meine kleine Gun gerade behalten möchte. Aber hier am Anfang war ja nicht so viel, ne? Ich glaube, man konnte sehr, sehr gut erkennen, wo der mega freudige Teil anfing. Skorpioni! Hallo! Wo bist du hin? Komm wieder raus. Oh, shit, es sind mehrere. Uäh, freutig. Wieso? Bam, komm gleich reinkritten hier. Zack. Jo, das hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft habe. Aber, ja. Hätte gerade seine Klausel vors Gesicht. Ne, ne? Das war nur so eine generelle Abwehrreaktion. Ich wollte schon sagen, so clever sind die Viecher hoffentlich nicht, Junge. Uff. Aber die halten aus, ne? Die kleine Gandhi sollte ich mir bei den Skorpionen vielleicht eher klemmen. Wir laden nochmal schnell nach. Und dann gibt es erstmal wieder schön ein paar Api hier. Wo ist denn dein Kopf? Das Skorpionsgesicht. Let's go. Das ist ja das Tolle hier mit unserer Silent Sheeran. Wenn wir damit treffen, guckt mal, wie sich die Krit-Leiste jedes Mal füllt, ne? Das ist herrlich. Da hattet ihr, glaube ich, auch mal den Tipp ganz am Anfang. Erst mit so einer kleineren Waffe vorarbeiten, ne? Und die Krit-Leiste auffüllen. Und dann mit einer großen Hinterherbüllern. Aber jetzt war ja auch kein Bock mehr zu wechseln, ne? Jetzt ist die Muni einmal richtig rausgeschallert, Junge. Jetzt muss er damit auch zu Fall gebracht werden. Herrlich. Hahaha. Da liegt er. Und eine Haarklammer hat er dabei. Oh, das war ein Mädchenskorpion. Hat so eine Hochsteckfrisur gehabt, ne? Mit den drei Haaren irgendwie am Stachel oder so. Unangenehm. Guti. Dann möchte ich nur nochmal sehen, wie weit wir jetzt wirklich noch entfernt sind. Wollte ich sagen. Da können wir ja mal schnell reisen hier zum Krater. Dann werfen wir vielleicht jetzt direkt das Serum ein. Reisen dann und machen uns dann auf den Weg nach unten. Die Kinder des Atoms haben ja, finde ich, mit Abstand den größten Knall in Fallen Out. Und ja, das war wirklich nochmal so ein anderer Grad von Geisteskrankheit, von generellem bescheuert sein, ja? Also das war echt crazy. Wie hieß das denn? Irgendwie Serum, oder? Quantum? Mysteriöses Serum. Ja, das ballern wir uns einfach mal rein. Zack. Und dann machen wir uns auf den Weg nach unten. Krater des Atoms. Ja, und dann jetten wir da rüber. Gut. Los geht's. Ins leuchtende Meer. Yeah. Ich freue mich sehr. Yeah. Sänger werde ich auf jeden Fall nicht mehr in diesem Leben. Aber das ist in Ordnung. Ich glaube, damit können wir alle leben. Und was ist hier los, ey? Holy Shit. Aber weil es jetzt dunkel ist, ne? Das ist ja auch gleich wieder eine ganz andere Wirkung. Wow. Finde ich enorm. Also sehr, sehr cool. Rein grafisch, wie sich jedoch Teile von Zonen oder auch, ja, ich sag mal, instanzierte Gebäudelevel und so unterscheiden. Das ist schon echt eine sehr, sehr coole Nummer. Und ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich jetzt hier mal sechs Schuss in meine Moskete lade. Im leuchtenden Meer. Ich sag nur, legendäre Todeskralle. Da ist meine Angst schon ein bisschen realer als ohnehin schon, ne? Aber Rapper. Ja, true. Nächstes Mal gibt's dann den Kinder-des-Atoms-Rap. Da seh ich mich so auf, ganz spontan, ne? Oh, damn. Oh, no. Es ist, okay, es ist eine normale. Ich kann nicht reden, bin so aufgeregt. Das ist einfach eine Todeskralle, Leute. Wollen wir die natzen? Klar natzen wir die. Dazu sind wir doch hier, so mehr oder weniger. Körpertreffer könnten wir landen. Aber eigentlich könnten wir ja, da wir unentdeckt sind, jetzt auch mal ein bisschen abwarten. Dann mal Luft anhalten. Boom, Junge. Oh. Oh, das hat ihr nicht geschmeckt. Oh, das konnte die gar nicht leiden. Scheiße, Mann. Komm, schön in den Bauch jetzt. Boom. Ehre. Voll drüber. Scheiße. Hä? Raff die nicht, wo ich bin, oder was? Dann mach ich nochmal so. The fuck? Vielleicht sollte die mal so eine Strahlungspille einwerfen. Jo, nächster Hit. Sehr gut, sehr gut. Ja, Dogmeet tankt. Ebenfalls sehr gut. Hör mal auf den Kopf und dann haben wir Crit gleich wieder voll. Brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Wir natzen die so. Sechs Schuss rein. Haben wir AP? Oh, ich hoffe ja. Kopf, komm. Yo. Das war ja geil. Ey, der hat ja fast alles gesessen. Was für Todeskralle, Bro. Wer bist du denn? Scheiße. Da hat der Kopftreffer echt gesessen. Die Kinder des Atoms sitzen auch in einem Krater einer Atombombe. Vermutlich ist ihnen so ein Teil im Oberstübchen auch hochgegangen. Darum der Knall. Davon ist auszugehen. Ja, absolut. Wirst du dir auch den neuen Teil von Elder Scrolls geben? Auf jeden Fall. Also ich bin kein übertrieben großer Fan der Elder Scrolls Reihe. Aber es ist gerade natürlich mit dem neuesten Spiel, bei allem was man doch über die Jahre so mitbekommen hat, ja fast Pflicht da auch wieder reinzuschnuppern. Deswegen hält sich mein Hype, sag ich mal, in Grenzen. Aber Bock mir das zu gönnen, habe ich auf jeden Fall doch. Da ist ein Skorpion. Lebt der noch? Tatsache. Ja, den können wir auf Range mal eben wegballern hier. Butz. Sahne. Schön der Backflip. Aber gehypter bin ich eher auf das neue Mass Effect, auf das neue Dragon Age und so. Oh shit. Das sind dann doch eher meine Games. Aber klar, Elder Scrolls ist so eine Reihe, wo ich echt fast sagen muss, muss man mal gespielt haben. Shiroon ist da ein bisschen verrückter nach als ich. Hat auch so und so viele tausende Stunden in Skyrim, ja. Aber das war bei mir wieder so ein klassischer Fall, von wegen Skyrim kommt raus und WoW war gerade interessanter. Und dann mal so ein bisschen reingeschaut, ja, nicht wirklich Ahnung gehabt. Erstmal Gameplay-technisch komplett versagt, ja. Dann hier und da mal ein Sheet benutzt und so. Und irgendwie wollte ich nur die Story durchballern. Und deswegen habe ich einfach auch einen anderen Bezug zu dieser Reihe. Auch Oblivion habe ich damals kennengelernt als komplettes Bugfest. Aber nicht als lustiges Bugfest, ne. Es war eine Shitshow und nichts hat so funktioniert, wie ich wollte. Deswegen haben meine ersten Gameplay, ich sag mal, Kennenlernphasen. Ja, einen sehr faden Beigeschmack. Aber, ja, wie eben beschrieben, reingucken möchte man natürlich trotzdem. Ich habe eigentlich gehofft, dass hier jetzt noch irgendeine super coole Loot-Geschichte auf uns wartet. Aber nö, 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 gar kein Bock hier unter der zerstörten Brücke mit lauter Autos mal noch eine geile Kiste hinzupflanzen. Gönnen die uns nicht. Mein Vater hat 600 Stunden in Skyrim. Ja, deine Mutter hat 600 Stunden. Alles unter 1700 ist Schmutz sowieso. Sowieso. Ich sag dir auch, wie es ist, ja. Wenn man mit einem Spiel neu anfängt. Und man hat nicht direkt 1700 Stunden. Dann soll man es lassen. Ja, dann soll man es auch einfach lassen mit dem Game. Ist das nicht so ein Bömmchen hier? Ich bin gerade ein bisschen verblüfft, dass die hier einfach so steht. In einem Käfig, damit sie nicht wegrennt. Naja, wir speichern. Und wir gehen rein. Eine Pyramide. Mal schauen. Ein paar Särge untersuchen. Bisschen Höhlenmalerei. Wie ist das? Oder Hieroglyphen. Da sollte man vielleicht nochmal differenzieren. Heftig. Lauswub, ist das da ein Ratchet-Emote? Ey, ich muss auch demnächst echt mal gucken. Ich habe ja vom guten Muri so eine Capture-Card für die Konsolen. Shy hat ja eine Switch und eine Playstation. Was war es eigentlich? Eine 4 oder eine 5? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas von dem neuen Stuff. Ey, der muss eigentlich auch reingesuchtet werden. Aber noch muss ich Steuer machen. Mann, noch habe ich keinen Freiraum. So nächster Monat, Leute. Nächster Monat wird so krank rumgenerdet. Es ist wirklich nur noch zum Abfeiern. One Cell. Five. Erst mal schön Kaffee mit meinen Eltern und dann Stream lauschen. Oder einfach währenddessen. Mit den Eltern beim Kaffee mal ein bisschen über Kacki-Themen reden. Das ist doch auch was Schönes. Ich grüße dich. Ja, also der Alarm, der ist auf jeden Fall noch an. Kann ich irgendwelche Gegner spotten? Ne, doch. Ghule. Ah, Ghule weiß ich nicht. Ich glaube, dann switche ich mal auf die normale Gun. Hier will ich nicht runterspringen. Wir haben ja auch die Power-Rüstung. Gesundheit sieht gut aus. AP sind voll. Darum habe ich erstmal keine Angst. Aber kann ja auch sehr schnell so ein leuchtender Kollege um die Ecke kommen. Oder ein Elite-Ghul. Was auch immer. Ghost of Tsushima. Pokémon Snap und so. Ja, krass. Es ist ja, wenn sich diese Konsolen-Welt jetzt öffnet, das ist ja auch wieder so viel Stuff. Holy fuck. Da komme ich auch erstmal gar nicht klar. Also, da habe ich auch noch keinen Plan gemacht. Wie komme ich denn da runter? Soll ich einfach hüpfen in der Power-Rüstung? Oder können wir hier den Fahrstuhl... Nein, wir können ihn rufen. Außer Betrieb. Hm. Wie viel Fallschaden kriege ich denn in der Power-Rüstung? Frage für einen Freund. Oder geht es hier drüben einfach runter? Ah, da geht es auch noch lang. Ja, wer lange sucht, der findet auch irgendwann. Ist hier eine Tür zum Öffnen? Hier ist ein Knopf. Okay. Sehr schön. Was ist hier? Nichts. Hier ist so jetzt irgendeine richtig geile Waffe versteckt, oder? Ja, wie eine schöne neue Waffe. Da sehe ich mich. Kein Fallschaden. Okay, hatte ich richtig im Kopf. Ich habe mich trotzdem nicht getraut. Perfekt. Die Angst war trotzdem da. Was ist das denn für ein Vieh? Riesige Insekten. Unglaublich überwältigende Geschichten. Fünf. Strahlungsresistenz. Ja, moin. Die nehme ich aber mit Kuss an. Auf jeden. Eine Switch- und Capture-Card. Pokémon Shining. Diamond Streamer. Alpha Stream. Junge. Da verstehe ich die Hälfte der Begriffe gar nicht. Tensuten. So sieht es dann nämlich aus. Aber Pokémon ist erst mal immer eine feine Sache. Ich weiß nicht, ob zum Streamen. Ich glaube, der ist ja Anfang immer ganz witzig. Aber dann, wenn man so eine levelintensive Phase hat, ich glaube, dann kann das recht lame sein. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Pokémon-Stream lang geschaut. Aber, ja, wenn ich damit dann klarkomme mit der Technik, ne, dann kann man sich auch sowas mal angucken. Absolut. Termine. Was haben wir denn hier? Lass mal sehen. Pokémon Snap kommt morgen raus? Doch schon. Da gab es irgendwie auch keine Alpha oder Demo oder so. Ich meine, hat Nintendo auch nicht nötig. Die schreiben, irgendwo Pokémon drauf wird eh gekauft. Ja, und auch wenn es Pokémon Kackwurst ist, wird trotzdem gekauft. Ja, und sei es nur, um dann drüber meckern zu können. Das kennt man ja auch mittlerweile. Ich habe mir zum Hype mal das Alte angesehen. Wie schnell man das heutzutage durch hat. Ja, habe ich damals auf dem Flohmarkt gekauft und als Kind gar keinen Plan. Allein, wie lange ich brauchte, um im letzten Level Mew aus dieser Bubble zu holen. Ja, und heute so, okay, man hat so ein paar mehr Gehirnwindungen, ja, oder einfach andere. Vielleicht haben einige auch weniger, ich weiß es nicht. Und man kann ganz andere Schlüsse ziehen und so weiter, ne. Und da kommt man viel leichter durch. Ist auch ganz gut so, ne. Ich glaube, wäre schlimm, wenn es andersrum wäre. Sprengtüren. Ja, öffnen wir. Komm. Wir öffnen die. Erzwungene Sperre. Aufmachen hier. Aufmachen, Drogenverhandlung. Eingeleitet. Sieht gut aus. Fehler? Wait. Muss während des Starts? Ging jetzt nicht, oder was? Müssen während des Starts geschlossen sein, nehme ich mal an. Da müssen wir erst mal woanders gucken anscheinend. Meine Verlobte hat gerade die Weißheitszene rausbekommen. Oh, schön der Hamstermodus, kenne ich auch. Würdest du sie mal grüßen? Ja, liebe Grüße an die Verlobte von Oneself. Ich kenne das. Ihr musst so eine ganze Woche lang nur Suppe trinken, weil ich meinen Mund nicht so weit aufbekommen habe. Weil das alles so geschwollen war, ne. Das war eine ganz schlimme Zeit. Ich hoffe, bei dir ist das nicht so schön kühlen, den Kram. Ja, mal an so einem Eiswürfel rumlutschen und dann wird das hoffentlich deutlich schneller wieder. Gute Besserung und so. Dogmeat, alles cool. Ich wollte hier nur die Kiste haben, mein Lieber. Und jetzt höre ich doch mal Gegner. Wo sind die denn? Das war doch gerade ein Kampfgeräusch. Gehen wir weiter runter hier. La, la, la. Da ist ein toter Ghoul. Oh, ich werde mich gleich erschrecken. Ich weiß es. Ich werde mich gleich erschrecken. Nein, ich will nicht. Ich möchte das nicht. Aber ich muss, Freunde. Wir müssen weitergehen. Ja, was soll hier sein? Maya Lurks eigentlich auch nicht, oder? Ghoul. Die haben wir schon gesehen. Die sind noch mehr Terminals. Aber ich glaube, wir müssen erstmal noch irgendwas anderes aktivieren. Sonst haben die Türen ja nicht so Böcke auf uns. Was ist hier? Aufmachen? Geht auch nicht. Hä? Bin verwirrt. Dogmeat fightet draußen schon. Und ich so, ja, wir laufen mal links. Wir laufen mal rechts. Ja, geil. Und da sind dann noch die Leute, die verzweifelt nach einem Game Boy Color oder Advance suchen, um die alten Pokémon-Spiele zu spielen. Ey, ich habe letztens auch wegen Umzug meine alte goldene Edition und so gefunden. Die gelbe. Und da hatte ich auch kurz Bock. Aber, naja, wie eben angesprochen, ergibt sich das gerade nicht so. Okay, das geht auch noch nicht. Kann ich hier irgendwas hacken oder so? Oder sind das alles dieselben Terminals? Müssen verschlossen bleiben. Während des Starts. Warte, ist da noch irgendeine heiße Info bei, dass ich weiß, wonach ich suchen muss. Müssen verschlossen bleiben. Während des Starts sind alle Aufzüge außer Betrieb. Ach hier, Sequenz abbrechen. Ja. Das war's. War doch ein anderes Terminal. Das war's. Oh, wow. Okay, ja gut, dass ich noch mal geguckt habe. Nexus, Hallöchen. Alles cool. Hoffe bei dir auch. Mein Game Boy Color funktioniert noch wie am ersten Tag. Außer, dass die Batterieklappe kaputt ist. Ja, das ist bei meinem genau derselbe Fall. Und früher die Zeit auch. Immer so zwei, vier Batterien noch in der Tasche gehabt. Damit das auch bloß nicht passiert. Nämlich, dass der Game Boy dann nicht mehr angeht. Ne, und dann sitzt man irgendwie bei einer Freundin von der Mutti, ja, beim Kaffee und muss da zuhören, was die Erwachsenen reden. Ne, ne, da musste der Game Boy funktionieren. Da musste man abgesichert sein. Ich habe mir alle vier Weisheitszähne auf einmal rausnehmen lassen. War cool. Ja, same here. Same here. Also der Hamstermodus war, wie gesagt, sehr real. Wollen wir ja auch mal runter. Da ist er. Guckt mal. Da steht auch so eine richtig fette Bonde. Was haben wir hier noch? Fleisch und Bier. Nehmen wir einfach mal mit. Wir gönnen uns das Bierchen. Passe ich hier durch mit meinem dicken Hintern? Ja. Und das ist doch eine oder nicht? Das ist doch eine. Hier ist noch irgendeine Schaltung. Aber das ist nicht genau, was wir suchen. Ne, irgendwie müssen wir da noch weiter rüber. Kann ich da mal draufschießen? Ist das eine gute Idee? Okay, wir leben noch. Oh, shit, Junge. Wie schnell er kam. Boah, ich finde das so creepy. Wenn sich, auch in Horrorfilmen, ne. Ja, ich sag mal, die Gegenspieler so schnell benehmen. Äh, schnell benehmen vor allem. Nicht benehmen und schnell bewegen. So, da ist es einfach reudig. Auch wenn Spinnen, die irgendwo an der Wand sitzen, dann so mega schnell sich bewegen mit ihren Kackbeinen. Ja, als würden sie so fließen. Unglaublich reudig. Da gab es auch mal diesen Horrorfilmen, den ich immer als Beispiel bringe. Grave Encounters hieß der, glaube ich. Wo dann die menschlichen Unholde, ja, zum einen so an der Wand laufen konnten, an der Decke hingen und auch ihre Kiefer so ausgeliehen. Und das finde ich immer ganz, ganz schlimm. Wenn so was Standard-Humanoides, was Menschliches so ganz seltsam verzerrt wird und so Bewegungen macht, ja, die eindeutig nicht möglich sein sollten, was wir bei Dead Space ja auch hatten, bei diesen Kack-Mutanten-Viechern, dann ist direkt Abfuck für mich, ja. Dann, ciao einfach. Danke, Craft. Sie freut sich. Und kühlen ist eine gute Sache. Ja, absolut. Ich habe das damals nicht so ernst genommen. Und das war nicht meine beste Idee, muss ich jetzt sagen. Dafür... Ach, du Scheiße. Oh, damn. Ich hoffe, den kriegen wir schnell weg. Oh, komm. Ey, was? Oh, nee. Oh, nee. Oh, Gott. Die rennen doch alle. Komm, bitte jetzt. Ja, noch einen. Sehr schön. Und jetzt eine Nate oder ein Molotow. Irgendwas. Komm schon. So. Bitte schön. Dogmeat, du tankst das, Bro. Du kannst es schaffen. Ja, die Brutzeln. Wunderbar. Komm, noch einen. Dogmeat, du machst das richtig gut, Bro. Ja, guck mal, wie sie drin stehen bleiben und brennen. Sehr gut. Yo. Und der... Oh, that is an Leggy. That is an Leggy. Ja, dann Raketenwerfer, Leute. Let's go. Butz. Mal sehen. Yo. Und das Bein ist ab. Sein scheiß Bein ist ab. Er muss krabbeln. Oh. Das ist ja bitter für ihn. Naja, aber dann können wir jetzt ganz auf entspannt hier sagen, bisschen in den Kopf reindrücken. Wunderbar. Yo, das war eine schöne Sparta-Passage. Finde ich gut. Finde ich gut. Falls du jetzt nicht wusstest, das SID basiert auf dem MIT Massachusetts Institute of Technology. Wusste ich tatsächlich nicht. Dankeschön für diese Info. Wer guckt sich denn freiwillig Horrorfilme an? Ja, ich schaue hin und wieder meine eigenen Videos. Hahaha. Hahaha. Kampflinte. Ah ja, erstmal eine Bürste. Kampflinte-Doppelschuss. Oh, aber wenn ich den Wert auch sehe. Hallo. Die nehmen wir mal mit. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Das kann doch geil sein, oder? Die nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir dann unsere Mapodios mal so ein bisschen tauschen, aufwerten, was auch immer. Noch jemand hier. Da hinten steht echt noch einer. Was ist denn mit dem? Der hat jetzt so ein bisschen den Angriff verpasst, ne? Zack. Arm ab. Hahaha. Damit wollte er mich gerade hauen, ne? So nicht. So schon mal gar nicht. Mich grüßt du nie. Ja, Kloa, frag dich mal warum, Lul. Hahaha. Kussi geht raus, ne? Du weißt. Am gruseligsten finde ich nicht sich komisch bewegende Viecher, sondern Kinderzombies. Boah, auch ganz schlimm, ja. Kann ich auch nicht viel mit anfangen. Und auch bei Dead Space gewesen, ne? Da war man ja in Teil 2, glaube ich. Da war ich ja im Let's Play auch noch alleine unterwegs, weil keine Koop-Möglichkeit. Da war ja auch so eine Passage in so einem Schiff, wo eben Wissenschaftler mit ihren Familien arbeiteten. Und dann war da so eine Kinderstation, auch mit so Mobiles und der Mucke. Und dann waren da so mutierte Babys. Und das war auch so geisteskrank, Mann. Holy Shit. Ich glaube, das muss ich mir demnächst selber echt nochmal angucken. Einfach, um zu schauen, wie ich da reagiert habe, ne? Hahaha. Das interessiert mich dann selber. Bist du tot? Jo. Dann gönn dir da unten deine Leichenstarre. Demnächsten Protektron solltest du mal beide Arme abschießen. Sehr interessant, was dann passiert. Lass mich raten, er schreit und explodiert oder so. Irgendwas Böses wird es sein. Und die sind alle hin? Wieso? Was hat euch gerichtet, Leute? Was? Oh, hier, schön, ne? Dass man gleich rüber in die andere Dusche gucken kann. Das ist auch so eine Horrorvorstellung von mir. Wenn ich hier durchgucke und jetzt würde von unten wer hochgeschnellt kommen oder so. Ey, wäre ich instant tot, ihr, ey? No joke. Ich finde das so schlimm. Ich schwitze allein beim Gedanken da dran. Nur wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt so wäre. Und das war bei 4. Bei 4 war das teilweise so, wo diese Alma, hieß sie, glaube ich, ne? Die ja auch erkindlich angehaucht war, auf einmal auftauchte. Da bist du so eine Leiter hochgeklettert und auf einmal war ihr Gesicht so zwischen diesen Stufen und du dachtest so, ey, muss jetzt nicht sein, ja? Muss einfach nicht sein. Ich hatte mich das erste Mal so richtig verjagt bei dem Film Mutter. Das Vieh und die Kids sind bäh. Ja, ist einfach nicht schön. Dafür habe ich jetzt das Paillettenkleid mitgenommen. Nachher müssen wir ein bisschen mehr verkaufen, glaube ich, vor lauter Horroraufregung. Loot ich hier gerade alles, was ich brauche und vor allem auch das, was ich nicht brauche. Hier ist doch eine Kiste, oder? Nein. Hier ist nur wieder eine Bombe in einem Kistchen. Traurig. Kistchen, Kistchen, Freunde. Crafts Horror ist die Dusche, Lul, jo. Schönen WoW-Spieler-Lifestyle, man kennt's. Ja, komm, die Kritten mal. Boom. Ja, lecker Schmecker. Der hat eine gute Rüstung an, ne, für einen Ghoul. Oh nein, ja. Oh, damn. Da legt er sich wieder hin, der miese Hund. Fall um jetzt. Stinker echt. AP ein bisschen aufladen. Dogmeet, hinter dir, Molotow. Komm, hab ich keinen mehr? Doch, wollte ich sagen. Erstmal Headshot mit dem Molotow, Leute. Guckt mal, wie sie brutzeln da, die Ghoul. Schön. Und Dogmeet denkt. Ja, beiß sie kaputt, Digi. Einwandfrei. Und dann können wir jetzt nochmal hier so ein bisschen mit den Headern und unsere Krittenleiste aufladen. Ey, wie wir da stehen in dieser Rüstung. In dieser Rüstung mit der kleinen Gun. Ich find das auch immer wieder herrlich, ja. Immer wieder herrlich. So, Kronenkorken, Schraubenzieher nehmen wir auch mit. Ey, ich lern grad wieder mehr Englisch durch lange Lumpen der Kinder von Atom. What? Das ist deren Rüstung. 25 Strahlenresistenz. Ja, nehmen wir auch mal mit. Was kostet die Welt, ne? Und da find ich das Bild immer sehr, sehr schön. Was haben wir hier jetzt? Baseball. Jawohl. Und was wir auch lange nicht gemacht haben. Hui. Oh, doch nicht. Okay, ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen Puppentheater spielen, aber darf ich gar nicht, ne? So können wir dann doch nicht ausholen. Ich wollte grad gucken, wie weit wir die Ghule schleudern können, aber leider bevor wir richtig Anlauf haben, fallen die auch schon wieder runter. Belastend. Hier war krank damals. Ja, absolut. Du meinst, du schwitzt allein beim Denken? Ja, das ist so anstrengend, ne? So anstrengend, ey. Kannst du das Kleid gleich mal anziehen? Vor allem hier im leuchtenden Meer, ne? Erstmal ein Kleid anziehen, so scheiß auf die Power-Rüstung. Let's go. Dinge, die menschenähnlich aussehen, aber als klar nicht menschlich identifizierbar sind, sind für die meisten Menschen gruselig. Uncanny Valley. Die meisten Kinder finden menschenartige Monster gruselig. Monster, die nichts mit Menschen zu tun haben, eher niedlich. Ja, wenn wir an die Monster-AG zum Beispiel denken, ne? Da kann man das sehr gut beobachten. In 4 konnte man diese in schwarz gehüllten Soldaten auch mit dem Nagelgewehr gegen die Wand schießen. Das geht auch hier bei Fallout. Oh toll. Erinnerungen. Yay. Yay. Sahamedo, hi. Mein Ansage-Video auf dein Ansage-Video rendert gerade. Hoffe, alles fit bei dir. Und die Allergie jagt noch nicht. Es geht. Es geht. Also die Vorbereitung meines Körpers läuft, ja. Aber es ist noch im erträglichen Rahmen. Grüße dich. Was haben wir denn hier? Wasser. Der stellt sich tot, die Ratte, ne? Die anderen auch? Tatsächlich. Nein. Ihr seid ja Reudige. Dann gibt es jetzt erstmal schön die Lasermuskete hier ins Rektum. Pass auf. War schon gruselig, dieses Monster-AG, oder? Finde ich aber auch. Zack. Boom, Junge. Hohohohoho. Der Arme. Er dachte, er hat ja die super Taktik, ne? Und wir löten ihn einfach aus dem Leben. Bums. Echt jetzt? Oh Mann. Dann so. Achso, nachladen. Ja. Wäre nicht schlecht. Zack. So oft wie ich diese Waffe benutze, so oft vergesse ich aber auch echt immer noch, dass wir erstmal die Shots nachladen müssen, ne? Läuft nicht so. Daniras, hi. Bist du da gleich hingegangen, wo du jetzt bist? Warst du vorher bei den Meldeposten? Habe ich das übersehen? Wir waren vorher bei Meldeposten, ja. Haben mit unserer, wie hieß sie? Nicht Hayley, aber so ähnlich. Mit der haben wir gesprochen. Und die hat uns dann hier hingeschickt und uns auch diese Signalteile gegeben, die wir jetzt hier hoffentlich bald mal irgendwo platzieren dürfen. Aber hier ist auch nichts weiter. Oh. Da ist noch jemand. Ja dann. Torso. Butz. Ach, ich mag unsere Muskete. Level Up gab es ja auch noch. Das ist sehr, sehr schön. Eine Frage, die die Fallout 4 gespielt haben. Habt ihr auch immer das Radio angehabt? Und wenn ja, welches Lied war euer Lieblingssong? Gut, da kann ich nicht mitreden, ne? Dann muss ich mal irgendwie nachholen dann. Aber das Radio wurde auch immer sehr angepriesen von vielen. In Sachen Atmosphäre und Zeit und so weiter, ne? Bei mir würde das sowieso nicht zur Geltung kommen. Ich labere ja 24-7 drüber. Aber für den eigenen Playrun, ja, könnte das eine gute Sache sein. Daniras, Grüße. Was 4 aber noch besser gemacht hat, war, wenn man es nachts alleine im Zimmer mit Kopfhörern gespielt hat, einmal war es schon eine echt kranke Sache, ja? Und da hatten wir auch häufig solche kindlichen Darstellungen, ja? Irgend so ein blutgetränktes Kinderbett in der Mitte eines Raumes und das war echt nicht schön. Das war echt nicht schön. Bums Birne, hi. Bin für heute raus bei euch noch einen schönen Stream. Mach es gut. Danke fürs Reinschauen. Wir haben ja auch nur diesen einen Weg hier, ne? Jetzt geht es da vorne nochmal links. Na, ne, der ist dead. Hoffe ich. Das können wir mit Q ja sehr schön überprüfen, ne? Wenn wir dann nicht unser Menü bekommen zum Auswählen, dann sind die auch wirklich hin. Zumindest war das bisher immer der Fall. Schön in den Schritt schießen, ne? Bam und Feierabend. Twitch so. Radio? Nein, nein. Habt ihr gesehen? Hier wurde der PC repariert. So würde ich das auch machen. Erstmal Schraubenzieher rein und Abfahrt. Oh, da ist unsere Markierung. Wir sind richtig. Wir sind richtig. Geil. Ich hatte heute das erste Mal einen Taco. War richtig lecker. Muss sagen, so für zwischendurch ist das was Feines. Ein Taco, ja. War letztens auch in irgendeiner Serie mit Tacos. Äh, bei Shameless, ja. Gucken wir ja momentan wieder. Taco hatte ich, glaube ich, auch noch nie gegessen, ne? Verrückt. Muss nachgeholt werden. Muffins und Tacos, Leute. Da sind wir wieder. Oh, shit. Bruder Henry. Wieso sind hier schon Leute? Äh. Hi. Das war eine unglaublich unangenehme Situation gerade. Hab damals Razzie 7 mit VR gespielt. Hab mich bepisst an manchen Stellen. Das glaube ich. Hallo? Nenne den Grund für deine Anwesenheit. Du wandelst auf Atoms geheiligten Boden. Oh, toll. Und wenn ich den, was war das, Aggressotron da hinten schon sehe? Ich weiß, glaube ich, wie das ausgeht. Ich bin auf der Suche nach ein paar Bomben. Atombomben. Du trivialisierst das, was hier weilt. Dies ist ein heiliger Ort. Die Kinder des Atoms haben geschworen, diesen Ort bis zur großen Spaltung zu bewachen. Niemand darf ihn betreten. Ähm, okay. Was ist die große Spaltung? Toll. Eines Tages wird Atom zurückkehren. Und seine Berührung wird der Erde die große Spaltung bringen. Sein Leuchten wird sich verbreiten. Es wird alles erhellen. Und unzählige Welten aus uns gebären. Was, Mann? The fuck? Wieso sind die so fertig? Echt? Glaub mir, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur helfen. Atom braucht keine Hilfe von Ungläubigen. Wenn er zurückkehrt, werden diese Reliquien sein Wort und seinen Ruhm in alle Ecken der Welt tragen. Deshalb müssen sie beschützt werden. Okay. Seinen Ruhm verbreiten. Mal sehen. Die sind ja so geisteskrank. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Perks da wirken. Ich will seinen, äh, seinen Ruhm verbreiten. Pass auf. Die Bomben werden benutzt, okay? Das willst du doch, oder? Dann hab ich dich vielleicht falsch eingeschätzt. Wenn du dafür sorgst, dass diese Reliquien benutzt werden, dann erfüllst du Atoms Willen. Nimm das und mach dich bereit, sein Heiligtum zu betreten. Nice. Frage dem Leuchten. Es wird dich zu den Reliquien führen. Möge Atomsglanz deine Seele wärmen. Wie happy er einfach ist. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert, aber sehr, sehr gut von unserem lieben Charakter gerade reagiert. Wir werden das benutzen, ne? Wir werden den Glanz verbreiten und so weiter. Hast du noch irgendeinen Comic hier liegen, mein Guter? Sieht nicht so aus, ne? Irgendeinen Sack hier. Ich speichere nochmal. Nicht, dass er jetzt durchdreht, wenn ich was klaue. Aber das scheint nicht so zu sein. Dieser Bruder Henry scheint etwas extrem verstrahlt zu sein. Mhm, er leuchtet mehr von innen, ne? So ein Ding nämlich. Es gibt auch Taco Kids mittlerweile, ja? Zum selber bauen. Finde ich gut. Wo kommen wir denn jetzt durch? Hier mit den Termine interagieren? Scheint so. Da können wir ran. Und dann können wir die Türen öffnen oder so. Admin Login. Zugriff auf das System. Ah ja, Türfernsteuerung. Na dann, einmal auf bitte. Sehr schön. Und dann können wir da unsere Bomben abholen. Wenn das kein toller Plan ist. Da ist jetzt offen. Okay, und wie komme ich da unten jetzt rein? Hier rum maybe? Und dann hier unten links? Das kann ja eigentlich jetzt nur, oder? Ja, ah, die Tür ist das. Da dürfte jetzt ja auch kein Ghoul oder so sein. Der wird sein Heiligtum ja wohl gut bewacht haben. Können die Kinder des Atoms nicht ins Meer gehen und die verlorenen Atombomben dort suchen, ja? Wir müssen ganz tief buddeln, ne? Und viel von der verstrahlten Erde essen. Dann seid ihr dem Gott am nächsten. Let's go. Hier sollen wir das platzieren. Okay. Oh ja, hier haben wir einige. Hier haben wir einige. Da müssen wir uns mit den verstreuten Schächtelchen, Schin-Schin, hier nicht zufrieden geben. Die alten Pappschachteln, ne? Mit Atombomben, die hier verstreut im Wasser lagen. Das ist mal ein stabiles Lager. Holla. Okay. Sonst noch irgendwas Cooles? Nö. Hält sich in Grenzen. Gut. Dann können wir wieder raus, bevor wir jetzt hier auch vollends verstrahlen bis zum Gehtnichtmehr. Machen wir uns auf den Weg nach draußen. Gibt es hier eine Abkürzung? Bestimmt, oder? Hier links kann das sein. Hier war doch irgend so eine Plattform. Die bringt uns bestimmt nach draußen. Mal sehen. Das lief doch. Haben wir hinbekommen. Ich habe eben was Tolles entdeckt. Wenn du auf dem Obelisten von Bunker Hill gehst, hast du eine Wahnsinns-Aussicht auf Boston. Ach, gucke. Schön. Äh, Dogmeet, ich glaube, du musst da weggehen. Oh. Doppelshit. What? Ey, was war denn dieses Timing jetzt bitte? Das war echt nicht cool. Das war echt nicht cool. Wie unangenehm. Na klar ging der jetzt daneben. Ey, sechs Schuss mit 56 auf die Range. Come on. Ja, dann schlag ein, Bro. Butz. Ey. Hat er nicht gebracht, der Aufzug. Ich hatte jetzt echt Schiss, dass der mich zerquetscht. Ich wollte jetzt eigentlich Dogmeet da rausholen, weil ich dachte, deswegen kommt der nicht runter, weil unser Hund, die da steht. Aber eiskalt hat er sich gedacht, nö, nö, das passt schon. Und Überraschung, dachte sich der Leuchtende. Toll. Kraft, bitte rette mich aus meinem Dilemma. Soll ich zum Abendbrot Hamburger essen oder Chicken Wings mit Soße? Du, wenn du mich fragst, ich würde halt beides essen. Da weiß ich nur nicht, ob ich dir da an sich weiterhelfen kann, aber ich würde mir einfach beides machen. Entscheidungen treffen. Da kann man ja auch mal ein bisschen größer denken, bei diesen Geschichten. Blei verkleidet. 172 an Wert. 23 Gewicht. Ja, die nehmen wir aber erstmal mit. Ich glaube, die ist an sich gar nicht mal kacke. Und ein Sturmgewehr. Na gut. Gut, das können wir drin lassen. Wobei, ist das maybe besser als das, das wir haben? Lass mal gucken. Haben wir das Sturmgewehr in dem Sinne noch dabei? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube nein, oder? Silberne Pistole. Nö, das haben wir auch mit reingelagert. Ja gut, dann müssen wir auch nicht gucken, ob die jetzt besser war, wenn wir es eh nicht benutzen. Dann eine Eimer nach oben, bitte. Und wir haben gut was verballert. Eine laufende Glühbirne. Schnapp sie dir alle. Let's go. Pokéball. Flieg und Sieg. Heute Abi-Klausur. Eins von drei geschrieben. Morgen geht's weiter mit Deutsch. Nice. Dann hoffe ich, dass du brauchbare Themen bekommst. Deutsch ist ja auch viel rumlabern, interpretieren und so ein Kram. Wie war's denn? Ist gut gelaufen? Oder sagst du, Scheißgefühl kann nur besser werden? So oder so, ne? Was will man machen? Muss man weiter durch? Ah, das war auch keine schöne Zeit. Abi-Prüfungen. Ah, das war auch im Freundeskreis so eine angespannte Scheiß-Situation. Man konnte nichts machen, man wollte auch nicht. Dann wollte man lernen, konnte dann auch nicht mehr. Dann die Aufregung und da bin ich auch froh, dass der Kram durch ist, echt. So, dann gehen wir mal zurück und zwar, wo sollen wir denn hin? Rüber zu Ingram. Okay. Dann bringen wir vorher unsere Rüstung rüber nach Sanctuary und können vielleicht in Ruhe skillen, ein bisschen Schrott einlagern und so, ne? Meldung von Uschi. Du würdest es nach dem Stream eh sehen, aber du willst ja auch wissen, was los ist. Dankeschön. Gucken wir gleich mal rein. Das war am Anfang, ne? Das nochmal angesprochen wurde. Wie es da aussieht mit dem Mann und dem Krankenhaus? Ich schaue an der Stelle gleich mal rein. Da, was wir im Stream auch besprochen haben, denke ich, ist das eine sinnige Sache. Und sie schreibt, die OP wurde auf heute verschoben. Sie ist gut verlaufen. Hat nun Nägel im Oberarm. Okay. Ich glaube, dann war da einiges Matsch, ne? Ich glaube, so Nägel kenne ich von Bildern, wenn richtig viel kaputt war, ne? Um das irgendwie wieder aufzubauen, zurechtzuziehen. Ich soll euch alle ganz lieb grüßen. Danke, dass es euch gibt. Och, wie sweet. Wie sweet. Ja, dann denken wir natürlich weiterhin an die beiden, drücken die Daumen, wünschen ganz viel Kraft. Aber das sind ja erstmal gute Nachrichten. Genau so wollten wir das haben. Gleich noch vorgezogen ist ja in der momentanen Zeit auch nicht selbstverständlich, ne? Bei dem, was man so hört. Umso schöner, dass das erstmal geklappt hat. Und auch wenn das verdammt räudig klingt, sind wir da, denke ich, auf einem guten Weg, ne? Daumen sind gedrückt. Nachdem ich gerade gefühlt 200 Flaschen und Dosen zum Pfand gebracht habe, gibt es jetzt erstmal russischen Zupfkuchen als Belohnung. So. Das muss auch sein, ne? Wenn man fleißig war, dann muss man sich auch ein bisschen belohnen. Absolut. Und Kraft, die Kampflinte mit Doppelschuss, die du vorhin bekommen hast, ist ausgebaut super geil. Auf die hatte ich auch wirklich Lust, ne? Die werden wir uns nochmal ein bisschen genauer angucken. Da bin ich mir sehr sicher, dass die zumindest, äh, ja, ein bisschen modifiziert würden. Themen waren genau die, die ich nicht gelernt habe. Spezielle Relativitätstheorie ging echt gut. Vier aus dem Gefühl und mit Formelsammlung. Zweiter Teil ein Versuch. Frank-Herz-Versuch. Gar kein Plan, was da war. Ein bisschen geraten. Ja, ich lasse mich anstehen und liegen. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Lass du mich doch in Ruhe, wenn ich hier lese. Was ist mit ihr, oder? Gar kein Plan. Ein bisschen geraten. Denke, ich lag ganz gut. Mal sehen. Bestanden habe ich, denke schon. Wie gut, es ist kein Plan. Aber das ist ja schon mal das Wichtigste. Ich meine, besonders viele Punkte sind natürlich auch wünschenswert. Aber bestehen ist ja erst mal das große Ganze. Dann klingt das doch erst mal in Ordnung. So. Was wollte ich hier jetzt machen? Schrottlagern wollte ich noch mal machen. Genau. Dann wollten wir die Power-Rüstung ausziehen. Und die hier stehen lassen. Pusionskern nehmen wir wieder mit. Bei mir ist auch gerade, wie Keino vorhin erzählt hat. Regen, Sturm, gerade war noch Sonne. Junge, jetzt geht hier wieder die Welt halb unter. Das sind ja Aussichten. Holla, holla. Gut, dann wollte ich ein bisschen was verticken. Ist zufällig Carla gerade da? Oder müssen wir nach Diamond City? Die Kuh ist zumindest vom Dach runter. Aber Carla sehe ich leider gerade nirgends. Da müssen wir vielleicht doch noch mal reisen. Bisschen Muni voll machen. Hm. Ich bin sehr unentschlossen, Leute. Ich bin sehr, sehr unentschlossen. Vielleicht checken wir als erstes die Waffen. Es ist immer so viel zu tun. Ihr müsst damit irgendwas anfangen. Sonst wundere ich eine halbe Stunde rum und habe noch gar nichts geschafft. Mal sehen. Wir haben gesagt, dass die Gun, die wir hier bekommen haben, das war ja auch Kategorie-Schrot, ne? Ja. Feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Also, das würde ich sagen, ist einfach die neue Mepodius, ne? Weil das ja jetzt die aufgewertete Schrotflinte quasi ist. Deswegen würde ich die eigentlich sehr, sehr gerne mitnehmen. Du könntest auch einen Laden in deiner Siedlung bauen. Aber das ist auch eine sehr spannende Idee. Vielleicht machen wir das gleich mal. Da müssen wir nicht immer zum Diner und so reisen, ne? Das könnte man mal probieren. Ja, dann ersetzen wir das jetzt. Pass auf. Statt der, wo war sie? Hier auf der 3. Statt der Mepodius nehmen wir jetzt die Kampflinte. Dann können wir gleich noch schauen, ob wir vielleicht ein bisschen was modifizieren. Packen dann die alte Mepodius. Aber erst mal hier rüber. Und jetzt natürlich die Frage, können wir mehrere Waffen gleich benennen? Das finden wir jetzt raus. Da ist sie. Umbenennen. So. Mepo. Oh, warte. Mepodius. Ja. So war das, oder? Ich glaube, ja. Mal sehen. Hat geklappt. Sehr schön. Ja, ist ja auch ein bisschen unterschiedlich mit dem Stern und nicht, ne? Da sind ja einige Faktoren dabei. Zwei Schuss, ein Muni-Verbrauch. Ach, das auch noch, oder was? Wow. Das ist ja doppelt und dreifach geil dann sogar. Kleinfinger. Hi. Prüfung lief gut. Muss jetzt nur noch ewig auf die Auswertung. Warten, ja. Das ist immer kacke, ne? Diese Unsicherheit, die da dann mit einhergeht. Oh, oh, oh. Belastend. Sehr, sehr belastend. Hatten wir sonst noch was Neues? Nee. Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Okay. Dann können wir die Station erst mal wieder verlassen. Mit dem Aufwerten werde ich noch ein bisschen warten, weil... Ich weiß ja noch nicht, wie oft ich die benutze und nicht und so, ne? Da werden wir dann im Laufe der nächsten Abenteuer bestimmt ein genaueres Bild haben. Wie wird der Laden dann heißen? Benutzer definiert Gruppe Lohl, Fraktion, Horde und Kriegsmodus aus GmbH. Ja, das ist ja auch leicht zu merken, oder? Die meisten der Anwesenden wüssten dann gleich, wie der Hase läuft. Ist doch ein Anfang. Dann kannst du nicht sofort... Dafür musst du erst mal lokaler Anführer zweimal spielen. Ah, okay. Okay. Ja gut. Dann sind wir davon, glaube ich, noch ein bisschen entfernt, was das angeht. Und ich wollte ja eigentlich ein bisschen mehr in Glück investieren. Kann das sein? Hier war ich so weit zufrieden. Die anderen Perks, die haben mich jetzt nicht so mega angesprochen. Und deswegen habe ich, glaube ich, gesagt, wir gehen ein bisschen mehr in Glück, ne? Erhöhe die Aufladerate für kritische Treffer, Qualität gefundener Gegenstände. Und gerade das mit der Aufladerate finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Gleichzeitig finde ich es sehr, sehr schade, dass wir so wenig Punkte in Glück bisher hatten. Deswegen würde ich da eigentlich noch einen reinbuttern wollen. Weil schadenstechnisch mit unseren sechs Schuss in der Lasermuskete bin ich momentan, momentan auch sehr zufrieden. Also die Supermutanten sind ja auch gut umgefallen. Der zweite Perk soll ganz gut sein. Der hier, meinst du den? Du weißt, wie man plündert. Oh, um weiterzukämpfen, findest du mehr Munition in Behältern. Oh, das ist wirklich gut. Yo, das ist wirklich gut. Das nehmen wir direkt mit. Sehr schöner Hinweis. Dankeschön. Gönnen wir uns mehr Muni in Behältern. Ja, ich hoffe, da sind auch Fusionszellen und so dabei. Aber was er da gerade alles rausschmeißt, auch mit Granaten und so, gehe ich mal stark davon aus. Muni ist immer eine gute Sache. Ja, ich bin zufrieden mit den Waffen. Ich bin zufrieden mit unserem Schaden. Luft nach oben ist immer, ja. Das wissen wir. Aber wenn wir generell mehr Muni finden, das ist so eine herrliche Geschichte. Sehr schön. Was macht der Umzug? Wie sieht es so aus? Ja, alles okay. Also noch Hals ein bisschen. Der Kleiderschrank kam jetzt. Der wird am Wochenende aufgebaut. Dann kommt hoffentlich im Laufe der nächsten Wochen, Anfang Mai, kommt dann auch das Sideboard und der restliche Kram fürs Wohnzimmer, dass der TV nicht auf dem Boden stehen muss und so. Und dann fehlt nur noch das Bett. Aber das dauert wohl noch eine ganze, ganze Weile leider. Aber mit meinem alten Schlafsofa kriegen wir das bisher ganz brauchbar überbrückt. Also es wird. Ja, es wird langsam. Aber es wird. Gut. Schnorrer war immer sehr schnell auf 4. Das glaube ich. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das bisher übersehen habe. Aber besser später als überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht, Leute. Gut. Dann war das erstmal das Wichtigste. Dann wollten wir jetzt nochmal schnell verticken. Nochmal kurzer Stopp in Diamond City. Und dann wollten wir mit unserer Ingram reden. Ah. Lady Ingram. Genau so. Und in Diamond City haben wir jetzt bestimmt auch einen richtig guten Zeitpunkt erwischt. So, dass wir jetzt nicht warten müssen, sondern alle Läden offen haben. Natürlich nicht. Unser Bot ist da. Das ist nett. Hallo. Wir verkaufen alles. Stimpecs, Munition, Oberbekleidung, Geschirr. Geschirr auch, junge Ehre. Dann lass mal sehen, was du so hast. Absolut alles. Alles. Bett ist auch unwichtig. Ja, einfach im Stehen schlafen oder so, ne. Das geht auch. Gut. Wir haben einen Haufen Kram. Einen Haufen Kram. Ich glaube, nur bei Waffen nicht, oder? Vielleicht hier so eine Splittermine. Ja, gut. Aber Rüstung hatte ich doch einen ganzen Haufen Mist mitgenommen. Hier. Kinder des Atoms Rüstung. Äh. Glaube ich, ist insgesamt doch nicht so interessant. Hier dieses tolle Kleid. Bis 17 Wert können wir verkaufen. Metallrüstung. Die könnte man sich mal genauer ansehen, oder? Was haben wir denn da im Moment? Wo ist sie denn? Die hier. Verleiht mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist. Ja, nur das Ding ist, in letzter Zeit, äh, sind wir bei ziemlich guter Gesundheit unterwegs gewesen, ne. Entweder wir hatten so einen Supermutanten-Selbstmörder, der sie in die Luft sprengte, waren wie Onehit, wie auch bei der Fatman. Oder wir haben kaum Schaden verloren, beziehungsweise gleich ein Stimpak hinterher geballert. 17, 17, 15, 32, 21, 15. Jo, da würde ich aber sagen, wir verkaufen diesen Harnisch und legen diese Metallrüstung an, oder? Da sehe ich mich aber gerade. Hast du noch Fusionszellen, mein Lieber? Jo, 62 nehmen wir auch noch mit. Sehr schön. Und dann wäre das erstmal dieser Handel. Und dann muss ich jetzt mal schauen, ob das mit der Rüstung so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Die sieht nämlich sehr lecker aus. Blei verkleidet und legiert. Das ist herrlich. Dann können wir die andere auch noch schnell verticken. Hier ist jedes nur denkbare Gute händlich, das sie brauchen können. Wenn wir es nicht führen, kann es sich niemand vorstellen. Ja, ich schau es mir an. Jo, wie wir aussehen. Selbst so ein halber Supermutschand jetzt, ne, mit dieser Rüstung. Okay, cool. Mag ich, wie sich das verändert hat. Dann kann der noch weg. Und, 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 und. Dann bin ich, glaube ich, soweit erstmal happy. Und durch, ne. Annehmen. Ja, das war nur noch der. Wir haben wieder an die 6000 Kronenkorken. Das ist in Ordnung. Fertig. Guti. Das war die Geschichte. Wie sieht es aus mit der Muskete? Ja, das ist erstmal in Ordnung. Das ist erstmal absolut in Ordnung. Dann können wir jetzt rüber zu Hopperlage, Fettfingert. Zu Ingram. Yeah, yeah. Hast du schon mal geschaut, neben den Waffen, wie weit du deine Rüstung verbessern kannst? Nee, noch gar nicht bisher. Ich habe mich voll auf den Loot verlassen. Aber vielleicht sollten wir das auch mal in Angriff nehmen. Haben wir gerade ein paar Videos zu 9.1 angesehen. Und ganz ohne Geschleime, deine Videos sind für mich am verständlichsten Das freut mich, weil du nicht mit so vielen Fachbegriffen um dich wirfst. Aber alles in allem bin ich echt sehr neugierig auf 9.1. Eine Sache stört mich aber gewaltig und zwar, dass Torgast Qual Affixe bekommt. Und ich sehe mich da schon durchsterben. Wobei sie ja meinten, dass Torgast insgesamt einfacher und attraktiver werden soll. Das soll zwar auch mit Affixen und verschiedenen Möglichkeiten kommen, mit denen man Punkte sammeln kann. Aber das sollen dann Punkte sein, die tatsächlich gleich verteilt werden. Wenn jemand sehr schnell durchrushst durch die Ebenen, dann kriegt er genauso viele Punkte wie jemand, der in aller Ruhe alles tötet oder alles erkundet. Und gleichzeitig soll ja auch das Todesmaximum wegfallen. Das heißt, du kannst endlos oft sterben, hast endlos oft Versuche und so. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass mit dem attraktiv werden von Torgast, das könnte schwierig werden. Aber das einfacher werden mit Hinblick auf diese Todesgrenze und so. Also, das denke ich, ist eine gute Sache und schwerer wird es dadurch, denke ich, auf keinen Fall mit den Affixen. Was ist da los? Headshot-Modus? Ja, sowieso. Na klar, 24-7. Bin aber sehr gespannt, wie es sich dann wirklich anfühlt, wie das mit den Punkten dann so ist. Erstmal ist das ja eine schöne Erklärung, wie es dann in der Praxis wird. Mal sehen, ja. Aber an sich freue ich mich drauf. Dr. Ingram? Scheint, als wären die Mark 28 genau richtig. Der Fund war Gold wert. Ich werde mit deinem Team arbeiten, damit gewährleistet ist, dass die Bomben sicher sind, nachdem sie in Primes Rucksack geladen wurden. Das wird allerdings kein größeres Problem sein. Nun, Doktor Lee, ich muss zugeben, ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Für Feierlichkeiten ist es noch etwas früh, Proktor Ingram. Wir haben Liberty Prime noch nicht vollständig aktiviert. Und ich hoffe, dass meine Bemühungen, seine Systeme zu stabilisieren, nicht vergebens waren. Ja, wäre kacke, wenn doch auf jeden Fall, ne? Wenn er jetzt meint, ich schieße erstmal den Zeppelin runter. Let's go, Waffentest. Und du meinst wirklich, dass das sicher ist? Natürlich. Ich habe jede Verbindung und jeden Schaltkreis persönlich geprüft. Prime wird funktionieren. Proktor, alle Anzeigen stehen auf grün. Ich glaube, es ist an der Zeit, mit der Stromübertragung zu beginnen. Ich finde, du solltest den Knopf drücken. Ohne deine Hilfe stünden wir schließlich immer noch vor einem Haufen Einzelteile. Es wäre vermutlich besser, wenn ein ausgebildeter Techniker das übernehmen würde. Aber du hast es dir wohl verdient. Jo, ich bin ausgebildeter Knopfdrücker, Leute. Let's go. Ja, T-Set zum Beispiel auch wieder Thema, ne? Mit 9-2. Ja, mal sehen. Also in der Theorie klingt das immer erstmal nice. Aber wie es in der Praxis wird, ja. Man darf gespannt sein. Die Bomben sind sicher, ja. Wie die Rente. Das Attraktivwerden von Torgas ließe sich mit Loot erledigen. Ja, da haben sie immer nicht so Bock drauf, ne? Da sagen sie immer, Loot gibt's schon genug, so nach dem Motto. Haben wir genügend Quellen. Aber jetzt ist Fallout-Zeit. Genau. Genau. Wir wollen noch gar nicht so viel Mut maßen, ne? Ist ja, glaube ich, auch alles noch gar nicht zum Testen freigegeben. Da müssen wir sowieso noch ein bisschen warten. Klingt aber erstmal interessant. Ich glaube, das kann eine gute Sache werden. Bäm. Da ist er. Liberty Prime ist online. Jo. Okay. Lassen wir ein paar Diagnosen durchlaufen. Diagnosebefehl akzeptiert. Lasst ihm einen Augenblick. Er muss sich an die neue Konfiguration anpassen. Stimmmodul online. Test der Audio-Funktionalität gestartet. Er lebt. Testzeichnung Liberty Prime Mark II. Mission die Befreiung von Anchorage, Alaska. Primäre Ziele alle rotchinesischen Invasoren. Mhm. Ich führe jetzt eine Systemanalyse durch und prüfe die Kampfbereitschaft. Vollständige Systemanalyse von Liberty Prime läuft. Alle Systeme nominell. Bewaffnung scharf. Warnung. Atomwaffen Munitionsvorrat aufgebraucht. Neubestückung erforderlich. Gebt diesem Bot Atomwaffen. Energiekern offline. Let's go. Betrieb durch externe Energiequelle. Neustart des Kerns empfohlen. Fähigkeit, rotchinesische Invasoren abzuwehren, nicht gegeben. Was ist mit Megatron? Alle Anzeigen sind auf grün. Von meiner Seite aus sieht er gut aus. Doktor, es wäre gut, wenn du den großen Burschen im Auge behalten könntest. Wenn es dir nichts ausmacht. Ja, das lief. Ich muss zugeben, ich war mir nicht sicher, ob wir es hinbekommen würden. Aber Liberty Prime scheint zu funktionieren. Juhu. Ich weiß nicht. Er kommt nicht an. Das Institut wird untergehen. Ja, wir quatschen nochmal wegen dem Kern. Was war das, was er da über den Energiekern gesagt hat? Prime ist im Top-Zustand. Aber sein Atomtriebwerk muss neu gestartet werden. Im Moment wird er noch von der Pridwin mit Energie versorgt. Sobald ich das erledigt habe, schicken wir ihn los, um dem Institut in den Arsch zu treten. Bevor du dich an deinen nächsten Auftrag machst, habe ich noch was für dich. Die kleine Schönheit habe ich selbst entwickelt. Wird deiner Power-Rüstung etwas mehr Wumms verleihen. Oh, ne Stimmpumpe. Cool. Glaubst du, ich werde das Ding bei meinem nächsten Auftrag brauchen? Ich weiß nicht. Aber es schadet, nie gut vorbereitet zu sein. Wie dem auch sei, du solltest jetzt besser zurück zur Pridwin. Ältester Maxon meinte, er müsste mit dir reden, sobald wir hier fertig sind. Und danke, Ritter. Ohne dich wäre das ja alles nicht möglich gewesen. Yeah. Ja, das war cool. Coole Quest auf jeden Fall. Sahnige EP. Und Prime ist fast komplett fertiggestellt. Hat sich gelohnt. Wir können zumindest die Früchte unserer Arbeit... Wenn du und hässlich ein Kind hätten, wäre es ein Super-Mutant. Ich dachte, sie will uns jetzt dissen so aus dem Nichts. The fuck. Okay. Das war ganz schön fies. Die armen Super-Mutanten. Die wollen auch nur Liebe. Okay. Die wollen auch nur Liebe. Wie sieht's aus? Wir sollen uns oben melden, ne? Mit ältester Maxon sprechen. Blinder Verrat, heißt die Quest. Hm, ob mir das gefällt? Ich weiß ja nicht. Hilfe, ein Transformer. Mein Tipp, in mindestens fünf Minuten läuft der Armok. Ich war mir jetzt auch nicht sicher. Die Stimme, die hat jetzt auch nicht besonders einladend geklungen, ne? Da nimmt man dann doch lieber eine Armlänge Abstand und denkt sich, oh, muss jetzt nicht sein, Kollege. Muss nicht sein. Dann eine Atomwaffen dazu und Atomkern. Und Hauptsache Atom ist in jedem Wort drin. Dann kann das nur gut gehen. Ja, das sehen wir ja jedes Mal, wenn wir uns hier umgucken in den Gebieten. Mal sehen, was unser Ältester dazu zu sagen hat. Und warum leuchtet unsere Muskete gerade nicht? Sind noch sechs Schuss drin. Ja, sehr unheimlich hier, Leute. An das Gerät aus den Fugen. Das Gleichgewicht in der Welt von Fallout. Es wurde nicht wiederhergestellt, sondern Gerät jetzt richtig aus den Fugen, ne? Mit dem Riesenbot. Moin. Ist das etwas, das Sie mir sagen wollen, Ritter? Werde ich beschuldigt? What? Wird mir etwas vorgeworfen. Das werden wir sehen. Oh. Dr. Quinlan hat die Daten entschlüsselt, die sie aus dem Institut mitgebracht haben. Oh. Darunter war auch eine Liste von Synths, die verschwunden oder aus der unterirdischen Anlage geflohen sind. Bei der Analyse der Daten haben wir etwas Beispielloses entdeckt. Paladin Dance entspricht exakt einem der Synths auf dieser Liste. What? No. Ist Quinlan absolut sicher? Dr. Quinlan hat die Informationen mehrfach überprüft. Ich kann Ihnen versichern, dass das Ergebnis eindeutig ist. In den Daten, die Sie mitgebracht haben, waren DNS-Profile aller Subjekte. Wir haben von jedem unserer Soldaten ebenfalls ein DNS-Profil. Paladin Danzes DNS-Profil entspricht exakt dem eines Synths mit der Bezeichnung M797. Und zu allem Überfluss hat er sich auch noch unerlaubt von der Truppe entfernt. Er ist spurlos verschwunden. Sein plötzliches Verschwinden bestärkt uns in der Schlussfolgerung, dass Paladin Dance dieser M797 ist. Ich kann kaum glauben, dass er Ihnen das nie erzählt und Sie dann zu Verschwiegenheit verpflichtet hat. Oh no. Deswegen liebt er es auch so, wenn wir an der Rüstung rumschrauben. No. Ja, und er chillt einfach in unserer Basis und labert uns immer voll. Scheiße. Arteros, hallöchen. Uh, Sie haben vielleicht Nerven. Er hat es mir nie gesagt. Meine Position gefährden. Boah, ja, ich mag Dance. Ich mag Dance. Nachdem ich so viel erreicht habe, wieso sollte ich meine Position hier in Gefahr bringen? Hm, da ist was dran. Offenbar habe ich Sie falsch eingeschätzt. Lull. Und das bedeutet, dass ich Ihren Worten glauben werde. Das entbindet Sie allerdings nicht von Ihrer Pflicht. Dance ist ein Synth. Er steht für alles, was wir verabscheuen. Eine technologische Monstrosität. Unsere Mission im Commonwealth ist eindeutig. Das Institut und all seine Schöpfungen müssen vernichtet werden, um unsere Zukunft zu schützen. Was mich zum schwierigsten Befehl bringt, den ich Ihnen je erteilt habe. Ich befehle Ihnen, Dance aufzuspüren und zu exekutieren. Andere Möglichkeit. Der hat eine Chance verdient. Ja, das macht uns eigentlich alles verdächtig, oder? Ich weiß nicht. Ja, es muss doch anders gehen. Aber das wird er nicht hören wollen. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Auf keinen Fall. Meine Entscheidung ist endgültig. Hören Sie. Mir ist klar, dass Dance Ihr Mentor war. Und dass das hier nicht leicht werden wird. Aber wenn wir stark bleiben wollen, dann darf es keine Ausnahmen geben. Selbst wenn das bedeutet, einen von uns zu töten. Begeben Sie sich zu Proctor Quindan. Er hat die Daten analysiert und wird Ihnen sagen können, wo Sie anfangen sollen. Und Ritter, mit dieser Mission können Sie sich eine Beförderung verdienen. Also enttäuschen Sie mich nicht. Sie können wegtreten. Jo, also ich sehe mich auf jeden Fall nicht, wie ich Dance töte. Ghost Dragon T. Fork in zwei und 17 Monate. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, als er das angesprochen hat, mit den Daten, dass sie herausgefunden haben, wie wir in die ganze Geschichte verwickelt sind und so. Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Und auch wenn er ein Synth ist, müssen ja nicht alle böse sein. Nee, es ist immer eine super schwierige Geschichte. Wo fängt Programmierung an? Wo hört Bewusstsein auf? Und umgekehrt. Und wer weiß, ob er einen Auftrag hat oder nicht. Hat er uns auch nur infiltriert und verarscht? Oder will er einfach nur so leben? I don't know. Das werden wir jetzt hoffentlich klären können. Oh, Ritter. Man hatte mir gesagt, dass du kommen würdest. Die Sache mit Dance tut mir leid. Toll. Was weißt du über diese Sache? Als ich die Daten entschlüsselt habe, die du aus dem Institut mitgebracht hast, bin ich auf eine Liste gestoßen. Wie es scheint, führt das Institut sehr gut über seine Synths Buch. Unter anderem wird vermerkt, welche verschwunden sind. Als ich mir die Liste angeschaut habe, bin ich auf ein Bild von Dance gestoßen, das mit M797 beschriftet war. Ein schneller DNS-Vergleich mit den Daten aus unserer Datenbank hat dann den Rest der Geschichte ergeben. Ich bin sicher, dass das ein ziemlicher Schock für dich war, Ritter. Es tut mir leid. Oder hat das Institut das Maybe bewusst gemacht? Dann hätten sie ja mehrere hier in der Basis als Synth markieren können, ne? Dass wenn sie gehackt werden, sich die Bruderschaft selber vernichtet oder so. Dafür ist das ja eine zu kleine Stichprobe. Die bringt ja nichts in diesem kleinen Ausmaß. Ich will nicht reden. Ja, echt nicht. Ich will nicht darüber reden. Verstehe. Dann zu deinen Befehlen. Ich habe mir Danzes Einsatzberichte angesehen, aber leider konnte ich keinerlei konkrete Hinweise finden. Wie du sicher weißt, kennt Dance sich im Commonwealth gut aus. Daher fürchte ich, es gibt zahllose Verstecke für ihn. Ich glaube, wir sollten sämtliche Orte, die er besucht hat, bestimmen und sie nacheinander als Versteck ausschließen. Du kannst es dir ruhig gemütlich machen. Das könnte eine Weile dauern. Was zum Teufel ist das für eine Scheiße von wegen Dance wäre ein Synth. Ich vermute, mit deinem Wutausbruch willst du gewisse Zweifel bezüglich Danzes Identität zum Ausdruck bringen. Ich versichere dir, meine Erkenntnisse sind absolut korrekt, Gelehrte. Er sucht dir Dance also und du haust ihn um. Soll das so laufen? Woher weißt du das? Woher weißt du davon? Es gibt keine Geheimnisse in der Bruderschaft. Oh. Maxon hat verlangt, dass wir Paladin Dance aufspüren und dir dann seinen Aufenthaltsort melden sollen. Das kann nur bedeuten, dass du ihn zur Strecke bringen sollst. Jo, er ist auf keinen Fall in Sanctuary oder so. Befehl ist Befehl. Befehl ist Befehl? Mehr hast du nicht zu sagen? Ich kann nicht glauben, dass du Paladin Dance einfach so im Stich lässt. Nein, mach ich doch auch nicht. Nach allem, was er für dich getan hat. Spiel doch noch mitmensch. Das legt ganz offensichtlich ein Fehler vor und wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Gelehrte Hayler, du sprichst mit einem vorgesetzten Offizier. Du wirst ihm den nötigen Respekt zollen. Sonst lasse ich dich vor ein Kriegsgericht stellen. Sofern du keine Informationen hast, die uns helfen können, schlage ich vor, dass du sofort zum Polizeirevier zurückkehrst. Natürlich. Ich bitte um Entschuldigung, Proktor. Ich glaube, ich habe Informationen, die relevant für die Suche sein könnten. Na gut. Würdest du sie uns dann bitte mitteilen oder müssen wir warten, bis du bereit bist, uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen? Ritter, wenn du mich bitte aufs Flugdeck begleiten würdest, ich möchte dir die Informationen, die ich zusammengestellt habe, direkt zeigen. Ich habe die Daten auf dem Computer meines Vertibirds gespeichert. Na. Das wird doch... Das wird doch bestimmt noch eine interessante Wendung. Hast du es dir anders überlegt, Haylen? Ich befolge nur meine Befehle, Sir. Geh ruhig, Ritter. Ich setze hier meine Nachforschungen fort. Bitte mir nach, Sir. Jo, alle sind einfach Synths. Dogmeat auch. Wenn das nicht der Mann ist, der Prime wieder zum Leben erweckt hat. Die Bruderschaft steht in deiner Schuld. Nun, hast du Dokumente für mich? Oder wolltest du dich vielleicht für eine Forschungspatrouille melden? Wie Dogmeat guckt. Nice. Nee, tschüss. Momentan nicht. Das ist wirklich betrüblich. Aber ruhige dich, ey. Herr Hildmann sind sie es eigentlich? Von wegen, jeder muss direkt vor das Kriegsgericht. Oh boy. Jo, Haylen, wir kommen mit. Aber ich bin insgeheim auf der Seite von Dance, okay? Dass wir uns da verstehen. Nicht, dass ihr uns jetzt genau ins Gesicht ballert oder so. Könnte ja auch sein. Wer weiß, wie die beiden noch verbunden sind. Gefährlich. Gefährlich. Der bekommt keine mehr. So nicht. So arbeiten wir hier nicht. Unter solchen Zuständen. Unter solchen. Was ist jetzt? Oberhäuptern. Was war denn das jetzt hier für eine dramatische Wendung? Dogmeat, du sollst nicht immer alle Leute blockieren. Komm mal her. Komm mal her. Du sollst jetzt auch nicht rumglitschen. So, ja. Ihr habt beide verlernt, wie man geht. Kann das sein? Immer einen Fuß vor den anderen. Oder man portet sich einfach durch den jeweils anderen durch. Das geht auch. Kein Problem. Und hier unten ist ja eigentlich ein ganz guter Punkt, um erschossen zu werden, oder? Hallo. Gelehrter Halen? Hier lang. Ja. Meine Erfahrung nach finden Großmäuler und Wichtigtor ihr Ende in einem Begräbnis mit geschlossenem Sarg. Willst du Paladin Danz wirklich töten? Cool. Nein. Äh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Bevor du dich entscheidest, will ich, dass du mir kurz zuhörst. Ich kenne Paladin Danz, seit ich eine Anwärterin war. Er hat mich ausgebildet. Mir alles Wichtige beigebracht. Und er hat mir gezeigt, wie ich weitermache, wenn ich mal Mist gebaut habe. Ich bewundere und respektiere ihn. Und ich betrachte ihn als einen Freund. Mir ist egal, was in Quinlans Bericht steht. Mir ist auch egal, ob er eine Maschine ist oder nicht. Er ist und bleibt Danz. Warum sagst du mir das? Mit einem Verräter sympathisieren. Gewagte Aussage? Ja, wir fragen mal. Sie scheint ja an uns zu glauben, ne? Sie ist der Synth. Sie kann sich porten. Echt so. Warum erzählst du mir das alles? Weil es jemand tun muss, bevor du losziehst und Maxens Befehl ausführst. Ohne vorher darüber nachzudenken, was du da eigentlich tust. Danz ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Er hat sein Leben riskiert, nur um seinen Prinzipien treu zu bleiben. Deshalb bitte ich dich, nicht nur als Mitglied der Bruderschaft, sondern auch als Mensch, gib ihm die Chance, dir seine Seite der Geschichte zu erzählen. Wenn er dich nicht überzeugen kann oder er uns tatsächlich verraten hat, dann tu, was getan werden muss. Jo, das klingt verdammt fair auf jeden Fall. In Ordnung. Ich werde ihn anhören. Um mehr bitte ich dich nicht. Ich werde einfach darauf vertrauen müssen, dass du das Richtige tust, wenn die Zeit gekommen ist. Bevor die Pritwin ankam, hat Danz mich einen Rückzugspunkt suchen lassen, falls wir das Polizeirevier verlieren sollten. Das war der Horchposten Bravo, eine Einrichtung der US-Armee aus Vorkriegstagen, die an der nördlichen Grenze des Commonwealths liegt. Der Posten ist sehr abgelegen und nur wir wissen von ihm. Von daher schätze ich, dass er dorthin unterwegs ist. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, in welchem Geisteszustand er sich befindet oder ob er uns noch traut. Okay. Wir wissen nicht, in welchem Geisteszustand er sich befindet. Sehr nice Ansage. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg und sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin da eigentlich ganz bei ihr. Also auch wie sie das erklärt hat, ja. Das kann ich voll nachvollziehen. Möchte an der Stelle gern nochmal anmerken, dass mich die ganze Mass Effect Reihe mit den Quests rund um die Gath, so hießen die. Oder heißen sie immer noch. Dass die auch mein Denken da sehr verändert hat, ne. Weil ich anfangs auch immer dachte, ja, sind Maschinen, weg mit denen. Ja, programmieren wir neu, bauen wir neu, wenn es nötig ist. Aber gehörte dann irgendwie doch ein bisschen mehr dazu. Deswegen auch hier nochmal Empfehlungen, Leute. Wenn ihr Mass Effect nie gespielt habt und mit dem Genre was anfangen könnt, checkt auf jeden Fall die bald kommenden Remakes aus, ne. Lohnt sich. Ruven, Hallöchen. Gut, dann machen wir uns auf den Weg zu diesem Versteck, das soll da sein, Lauschposten. Alles klar. Da haben wir Greentop, na dann. Die Kinderkrippe, die ja gar keine war. Hashtag Baumschule, wir erinnern uns. Oder Baumkinderkrippe in dem Fall. Ja, und ich hoffe, dass Dance uns auch nicht angreift, ne. Weil ich habe meine Powerrüstung nicht dabei. Und ich finde es so witzig, wie das jetzt wirklich erklärt, wenn er jetzt ein Synth ist, wovon wir ja erstmal ausgehen können, warum er das immer direkt geliebt hat. Wenn ich irgendwas an der Rüstung gemacht habe, irgendwas Mechanisches hergestellt habe oder so. Da war er ja immer gleich hinter uns und hat gesagt, ey, geil Junge, geiles Zahnrad und so. Also so nicht direkt, aber so hat es sich angefühlt, ne. Absolut. Gut, du solltest wieder öfter speichern. Ja, muss ich in der Tat mir wieder angewöhnen. Ach du Scheiße, habe ich noch einen Molotow oder so? Jo, bam. Okay, noch mehr. Oh, meine Nase juckt gerade. Oh, wie ungünstig. Oh Gott, ja die verbrennt, oder? Ah, ich muss gerade als Niesen unterdrücken. Richtiges Scheißgefühl, Junge. Komm, weg mit der. Noch einen. Rein da in den Torso. Rums. Junge, da kommen sie aus dem Nichts, ne. Dance with somebody, genau so. Okay, das konnten wir recht schnell lösen. Die miesen Ratten hier wieder, ne. Unglaublich. Und ich wechsle zur Muskete. Falls Dance Stress sucht. Warum ist hier eigentlich nicht ein Sanctuary? Und hätte ich den nicht auch als Begleiter jetzt eigentlich? Da fuck. Junge, richtig erschrocken wegen dem Kackteil hier. Als Begleiter direkt mitnehmen können. Und dann so, hä, wo ist eigentlich Paladin Dance, Junge? Wir wissen das nicht. Ey, lass mich erstmal looten. Junge, der ballert ja komplett Schaden raus hier. Was ist mit dem Teil? Pass mal auf. Dann gehe ich hier runter. Und dann bist du fällig, du Kackding. Lauf. Butz. Wärst du mal gelaufen, ne. Feierabend. Ey, er hatte hier zwei Geschütztürme oben. Ich glaube, es geht los, ne. Ich wollte in Ruhe looten und dann Sonnengeschisse. Ich glaub's ja wohl. Nochmal nachladen hier. Bisschen kurbeln. Herrlich. Alles mitnehmen. Nochmal speichern. Und dann gucken wir mal rein. Hallo. Oh, hier liegt schon einer. Fusionszellen. Sehr schön. Entsperren. Na aber, wir sind doch hier der Schlossknacker vom Dienst. Oh. Da war gut. Jo. Herrlich. So. Patrone, Patrone. Was haben wir hier? Äh. Geht so, ne. Ja, das ist wirklich, beides geht so. Mehr Patronen nehmen wir mit. Schrotpatronen nehmen wir mit. Technisches Dokument. Na, ob wir das aushändigen, das überlege ich mir ja noch. Für diese läppischen 25 Kronenkorken, ne. Dafür würde ich nicht mal meinen Opa waschen, Leute. Dann tausche ich das doch nicht so läppisch ein. Hier ein Haufen Kram noch. Hier mehr Kram. Und hier ist ein Terminal. Aber, das brauchen wir gar nicht. Doch, brauchen wir. Damn. Ich dachte, er hat es für uns offen gelassen. Nope. Einmal bitte mit Energie versorgen. Warum auch immer das jetzt nicht direkt an war. Aus Sicherheitsgründen, ne. Dance hat sich schön eingeschlossen oben. Na dann, Dogmeat. Ich bin gespannt. Hättest du ihn dabei gehabt, hätte er dir gesagt, dass er was erledigen muss. Ah, haben sie so gelöst. Okay. Ja gut. Zum Glück, ne. Wäre halt total bescheuert, wenn er im Hintergrund so rumgestanden hätte. Und dann, ja, sie müssen Paladin Dance suchen. Wir können uns übrigens, wenn ich das Leben gerade so sehe, mal so ein bisschen von dem aufbereiteten Wasser reinpfeifen. Davon haben wir doch jetzt einiges hier kommen. Ja, schön erstmal hydrieren, Leute. Mach ich jetzt IRL auch, bevor wir weitergehen. Das dürfen wir nicht vergessen, ne. Es wird wieder wärmer, Leute. Hydriert euch. Wichtig. Ah, das Gute beim Trinken ist ja, das hat mein Opa früher immer schon gesagt, das Gute beim Trinken ist, hinterher ist man lang nicht so durstig, ne. Das hat schon Vorteile. Gut. Ist er das? Ne, ach du Scheiße. Protektron. Junge. Okay. Ähm. Gibt es einen Header oder Torso? Macht beides ähnlich viel Schaden. Ne, Torso ist mehr sogar. Äh. Weg mit ihm. Wo ist der Napf mit Wasser? Ja, der Dogmeat, der trinkt das, was an meinen Lippen so abperlt, weißt du. Das ist wie so eine versiegelte Glaswand bei der Dusche. Und das gönnt sich Dogmeat dann einfach. Das reicht ihm. Er ist ein so knallharter Hund. Der fängt das Wasser so mit einzelnen Tropfen auf. Und dann kann der da jahrelang von zehren, ja. Da ist er vorbereitet. Was haben wir hier denn noch? Schachbrett und Red Away. Ein paar Bastelstationen. Und ihr habt immer geilen Loot dabei. Ja, sogar Stahl hier, Junge. Geil. Gibt mir das. Ich stahl ihm das, werden sie eines Tages sagen. Und da ist Dance. Aber er sieht aus wie immer, ne? Ja. Er sieht erstmal aus wie immer. Das ist gut. Und hier sieht es eher aus wie so ein Fluchtweg. Ich glaube, den werden wir gleich nehmen müssen, oder? Ich speichere nochmal an dieser Stelle. Und. Okay. Hi. Kann ich zu dir rein? Redet er mit mir? Ich bin mir sehr unsicher gerade, was das angeht. Aber. Dann gehen wir halt hier durch. Ah ja. Hallo. Ohne Rüstung. Hi. Es überrascht mich nicht, dass Maxen dich geschickt hat. Er hat sich noch nie gerne selbst um die Drecksarbeit gekümmert. Ja. Warum hast du es mir nicht gesagt? Das verstehe ich nicht. Du bist ein Verräter. Du hättest es mir sagen sollen. Wir fragen. Warum hast du es mir nicht gesagt, Danz? Weil ich es nicht wusste. Bis Quinlan diese Liste entschlüsselt hatte, hielt ich Synth für den Feind. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zu hören bekomme, dass ich selbst einer bin. Wenn Hayley nicht gewesen wäre, würden wir dieses Gespräch jetzt gar nicht führen. Und? Wie lauten deine Befehle? Will mich Maxen überhaupt lebend? Synths sind der Feind. Ein Weg nach draußen. Unwissenheit über Identität. Wie konntest du nicht wissen, dass du ein Synth bist? Es ergibt doch für mich auch keinen Sinn. Es fühlt sich an wie ein grausamer Scherz. Wow. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich erinnere mich daran, wie ich in den Ruinen aufgewachsen bin. Alles. Ich schätze, das haben sie mir alles einprogrammiert. Ich habe das Gefühl, dass ich stets mein Leben kontrolliert habe. Ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen und so mein Schicksal bestimmt. Selbst wenn die Beweise sagen, dass ich ein Synth bin, fühle ich mich jetzt nicht anders. Dass ich, ich fühle mich immer noch als Mensch. Wow. Kümmert dich das überhaupt? Du bist doch offensichtlich hier, um Maxens Befehle auszuführen. Will er mich überhaupt lebend? Boah, das ist ja doppelt und dreifach mies dann. Holy shit, Rocktool, Hallöchen. Ja, wo wir gerade davon sprechen. Doppelt und dreifach mies, Lell. Grüße dich. Ein Weg nach draußen. Ja. Nein. Aber ich hoffe, wir finden einen Ausweg. Wird doch kein Blödsinn. Mir ist klar, dass das hier schwierig für dich sein muss. Ich wünschte, Maxen hätte jemand anders geschickt. Aber das alles ändert nichts an den Tatsachen. Ich bin ein Synth und das heißt, ich muss zerstört werden. Ey, was? Wenn du deine Befehle missachtest, verrätst du nicht nur Maxen, sondern auch die stählerne Bruderschaft und alles, wofür sie steht. Man kann Synths nicht trauen. Maschinen sollten niemals ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie müssen kontrolliert werden. Bruder. Technologie ohne Grenzen war es, was die Welt vernichtet und die Menschheit an den Rand der Ausrottung gebracht hat. Ich muss das Exempel sein, nicht die Ausnahme. Ey, what? Er sieht das selbst jetzt noch ein? Was die Bruderschaft ihm, naja, ich sag mal, beigebracht hat? Eingeprügelt hat? Da fuck? Wenn du wirklich so denkst, warum bist du dann überhaupt abgehauen? In dem Moment, in dem ich die Wahrheit erfuhr, wusste ich, dass mein Leben in Gefahr ist. Ich bin Soldat, also hat mein Überlebensinstinkt übernommen. Ich musste mich zurückziehen und die Lage neu einschätzen. Nachdem ich hier angekommen bin, hatte ich Zeit zum Nachdenken. Und ich habe gemerkt, dass ich alles nur noch schlimmer gemacht habe. Ich hätte auf der Pritwin bleiben und das Unvermeidliche akzeptieren sollen. Wie gesagt, ich muss das Exempel sein, nicht die Ausnahme. Jo, ich will aber, dass du die Ausnahme bist. Ich weiß nicht, ob da die Maschine oder der Mensch aus dir spricht. Die Tatsache, dass du verwirrt bist, bestärkt mich nur in meiner Entscheidung. Ich bin bereit, die Konsequenzen meiner wahren Identität zu tragen. Maxon hat dir befohlen, mich zu töten. Und ich werde mich dir sicher nicht in den Weg stellen. Mach selber. Hinrichten. Keine andere Möglichkeit. Kann er sich nicht einfach mal einen Finger abschneiden oder so? Dann wissen wir doch, was Phase ist. Gibt es irgendeinen anderen Weg aus dieser Sache? Wir wissen beide, dass das hier das Richtige ist. Wenn du Maxons Befehle nicht ausführst, untergräbst du alles, wofür die Bruderschaft steht. Ich kann nicht zulassen, dass so etwas meinetwegen geschieht. Ja, aber wenn das ist, wofür die Bruderschaft steht, dann steht sie halt für einen Haufen Scheiße. Nein. Ich werde es nicht tun, Danz. Ich kann nicht glauben, dass du dein Leben riskierst, um meins zu schützen. Warum tust du das für mich? Mein Leben riskieren. Maxon irrt sich. Ausweg für Feiglinge. Einen Freund verlieren. So nämlich. Da ist es nämlich egal, ob er eine Maschine oder ein Mensch ist. Ich habe schon meine Familie verloren. Ich will nicht auch noch einen Freund verlieren. Du hast recht. Wie konnte ich nur so blind sein? Ich sollte bedenken, wie sich mein Tod auf die auswirkt, die mir nahestehen. Leute wie du und Helen. Jetzt, da du mir die Augen geöffnet hast, kann ich meine nächsten Schritte abwägen. Nice. Was immer du tun willst. Ich stehe hinter dir. Danke. Aber mein Weg muss ich von jetzt an allein beschreiten. Die einzig sinnvolle Alternative ist, das Commonwealth zu verlassen. Je eher ich mich auf den Weg zur Grenze mache, desto eher kann ich das alles hinter mir lassen. Nimm meine Holomarke. Nutze sie als Beweis, dass du deinen Auftrag erfüllt hast. Sonst schickt mir Maxon nur jemand anders auf den Hals. Dann komm. Lass uns von hier verschwinden. Nice. Seine Holomarke. Wir hätten ihn auch zur Railroad schicken können, ne? Hat Sonnenschein auch geschrieben, genau. Aber er hat schon einen eigenen Plan. Naja, dann wollen wir ihm nicht im Weg stehen. Die Erkenntnis, dass die Bruderschaft für einen Haufen Scheiße steht, kommt spät. Ja, besser spät als nie. Kraft ist ja auch eher eine Maschine. Zwar eine rostige und nicht mehr so gut funktionierende, aber eine Maschine. Ja, so sieht es nämlich aus. Der Mann weiß, wovon er spricht. In so eine Maschine, die zum Beispiel Alkohol verarbeiten kann, ne? Kann man niederweise reinschütteln. Ganz wichtig, solche Maschinen. Noxa, hallohin. Ach und gucke, eine Lootkiste hat er auch noch hier. Kronkorken. Und, was haben wir da? Das ist Blei verkleidet, aber ohne Bonuswerte, ne? Das ist natürlich schade. Ja, das sind ganz nette Zahlen, aber da geht nicht nur einiges runter, sondern da sind auch nicht so Sachen drauf, wie von wegen, du läufst ein Prozent schneller oder so ein Kack, ne? Deswegen feiere ich das gerade nicht so. Ja, aber ich bin mir sehr sicher in dieser Entscheidung. Das finde ich eigentlich gut. Da gab es jetzt gar nicht viel zu überlegen. Das war eine klare Sache. Muss jetzt leider weg, sonst leckt Torgast, Jerusal. Dann gutes Gelingen und danke fürs Reinschauen. Kommt das dann als Trinkwasser wieder raus, ja? Hashtag goldene Dusche. Du weißt. Schön einwickeln lassen von ein paar Kabeln und Drähten, oder? Großartig. Der Dream. Dann ist ja gut, dass du diesen Leuten gerade einen Terminator auf Steroiden gebaut hast. Ja, das hat sich jetzt eventuell ein bisschen ungünstig entwickelt, ne? Aber gut, Mavrid, es gab EP, ne? Und Loot. Das auch noch. Wir haben ja für unsere Power-Rüstung ein bisschen was bekommen. Und da wissen die Leute, ich bin machtlos, wenn sie länger mit mir zusammenarbeiten. Was ist denn das hier eigentlich? Der Igittigit-Tümpel oder was hier mit toten Ratten und irgendwelchen Skeletten drin? Ey, wie das riechen muss, kannst du aber auch keinem erklären, echt jetzt. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Und ich bin gespannt, ob wir damit durchkommen. Ich weiß es nicht. Weil, da sind zwar Fanatiker, aber blöd sind sie ja nicht. Und wenn es genau um diese fanatische Geschichte ja geht, mit Menschen und Sins und Verrat, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie gerne und vor allem ausgiebig nachhaken, ja? Und sich nicht so leicht zufriedenstellen lassen. Vielleicht könnte auch andersrum sein, sind sie einfach froh, dass es erledigt wurde. Wie können sie es wagen, die Bruder schon zu verraten? Das ist meine Schuld, nicht seine. Zu dir komme ich gleich noch. Oh no. Ritter, wieso wurde dieses Ding noch nicht zerstört? Oh, komm schon. Wie ungünstig. Du hörst dich. Uns gefunden. Yo, der fuck eigentlich? Wie haben sie uns gefunden? Als ich sie losgeschickt habe, um diese Maschine auszuschalten, hatte ich schon den Verdacht, dass es ihnen schwerfallen würde, meine Befehle auszuführen. Jetzt, da ich hier bin, scheinen sich meine Befürchtungen bewahrheitet zu haben. Was hat es ihnen gesagt, dass sie die Bruderschaft verraten? Warum ist es noch am Leben? Wow. Du hörst dich. Oh, er wird das nicht hören wollen, ne? Die kriegen gleich seinen Mantel, Leute. Er lebt noch, weil sie ihm Unrecht getan haben. Ihm! Burns ist kein Mensch, sondern eine Maschine, ein Roboter, erschaffen vom Institut. Es entstammt nicht dem Leib einer liebenden Mutter. Es wurde in einem kalten Labor hergestellt. Fleisch ist Fleisch. Maschine ist Maschine. Diese zwei Dinge sollten sich nie verbinden. Indem es versucht hat, Gott zu spielen, hat das Institut das menschliche Leben entweiht und über alle Maßen korrumpiert. Nach allem, was ich für die Bruderschaft getan habe. All das Blut, das ich in ihrem Namen vergossen habe. Wie können sie da so etwas über mich sagen? Du bist die physische Manifestation all dessen, was wir hassen. Technologie, die Grenzen überschritten hat. Bro. Alter. Allein wie seine Stimme klingt, ne? Er ist halt völlig lost in seiner eigenen Ideologie. Junge. Sie vergleichen Dance mit einer Atombombe? Diese Maschine ist vielleicht keine Bombe, aber ihr Zweck ist der gleiche. Platzieren Sie sie dort, wo Sie Schaden anrichten wollen, und wenn Sie es am wenigsten erwarten, führt Sie einen tödlichen Schlag aus, ohne Vorwarnung und ohne Gnade. Ein Präzisionsschlag direkt ins Herz des Gegners. Wie können Sie dem Wort einer Maschine trauen, die glaubt, am Leben zu sein? Eine Maschine, deren Gedächtnis gelöscht, deren Gedanken programmiert, deren Seele hergestellt wurde. Die Werte, die Sie zu vertreten versucht, sind nicht Ihre eigenen. Sie wurden hier künstlich eingepflanzt, damit sie sich anpassen kann. Das ist richtig. Ich wurde in einem Labor gebaut, und einige meiner Erinnerungen sind nicht echt. Aber als ich meine Brüder zu meinen Füßen habe sterben sehen, da habe ich Trauer gespürt. Wenn ich einen Gegner der Bruderschaft besiegt habe, spürte ich Stolz. Und als ich ihre Rede über die Rettung des Commonwealths gehört habe, spürte ich Hoffnung. Verstehen Sie denn nicht? Ich dachte, ich wäre ein Mensch, Arthur. Seit dem Tag, an dem ich in die Bruderschaft aufgenommen wurde, habe ich niemals ihr Vertrauen missbraucht. Und das werde ich auch nie tun. Dafür ist es jetzt zu spät. Das Institut hat dir türrichterweise das Leben geschenkt. Du solltest nicht existieren. Ich werde darüber nicht länger diskutieren. Meine Befehle sind eindeutig. Es ist in Ordnung. Wir haben unser Bestes versucht. Du hast mich davon überzeugt, dass ich mich meiner wahren Identität nicht zu schämen brauche. Und dafür danke ich dir. Wie auch immer du dich entscheidest, ich gehe ohne Zorn und ohne Bedauern in den Tod. Herz erwärmt. Entweder Sie exekutieren Derns jetzt oder ich tue es, Ritter. Die Wahl liegt bei Ihnen. Jo, wir exekutieren ihn? Hör mir zu. Was ist mit mir? Nach all den Opfern, die ich gebracht, und all den Kämpfen, die ich für die Bruderschaft gewonnen habe, müssen Sie mich anhören. Das sind Sie mir schuldig. Gut. Ich höre. Wenn ich es mir anders überlege, Lul. Vertrauen und Respekt. Du verlierst uns beide. Er hat Leben gerettet. Ja. Ganz egal, ob er ein Mensch ist oder nicht. Derns hat zahllosen Soldaten der Bruderschaft das Leben gerettet. Jetzt ist es an der Zeit, seins zu retten. Sie sind ein dickköpfiger Mann. Wir scheinen hier nicht mehr weiterzukommen. Derns am Leben zu lassen, würde alles untergraben, wofür die Bruderschaft steht. Aber dennoch bestehen sie darauf, dass er nicht getötet wird. Damit bleibt mir nur noch eine Alternative. Derns, soweit es mich betrifft, sind Sie tot. Sie wurden von diesem Ritter der Bruderschaft gejagt und getötet. Und ihre Überreste wurden verbrannt. Von diesem Tag an ist es Ihnen verboten, die Pridven zu betreten oder mit Mitgliedern der stillenden Bruderschaft zu sprechen. Sollten Sie diese Regeln ignorieren, werde ich sofort das Feuer auf Sie eröffnen lassen. Haben wir uns verstanden? Ja, danke, dass Sie an mich geglaubt haben, Arthur. Verwechseln Sie Billigung nicht mit Mitleid. Der einzige Grund, weshalb Sie noch am Leben sind, ist er. Ich kehre jetzt zur Pridven zurück, Ritter. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich zu verabschieden. Ich erwarte Sie dann wieder auf dem Schiff. Wir müssen uns noch immer um das Institut kümmern. Junge, es ist, der End hat das geliebt, no shit. Es ist halt so ein super interessantes Thema, weil irgendwie, finde ich zumindest, haben alle Parteien recht. Und es ist in vielen Hinsichten mal wieder eine Frage des Ausmaßes, ja. Wie wir es vorhin besprochen haben bei den Sins, bei den unterschiedlichen. Wie wir Gute, wie wir Schlechte kennengelernt haben. Wo ich vorhin auch meinte, wo hört das Bewusstsein auf? Wo fängt die Programmierung an? Dance ist ja jetzt nochmal so ein Hardcore-Beispiel, ja. Der selber nicht wusste, der gerade davon sprach, Hoffnung zu spüren und so weiter. Und dann sind es ja nicht nur leere Worte, es sind ja auch Taten, ja. Die hier sprechen konnten. Alles, was Dance getan hat für die Bruderschaft. Hui. Starkes Thema. Super interessant. Hallo. Man braucht eine Menge Mumm, um Maxen so die Stirn zu bieten. Das ist wohl wahr. Geh, solange du noch kannst. Du solltest bleiben. Ja, wir hören erstmal, was sein Plan ist. Also, was hast du jetzt vor? Ich hab mich entschieden, hier zu bleiben. Wow. Ich hatte nicht vor, den Rest meines Lebens in diesem alten Horchposten zu verbringen. Aber das hilft dir jetzt wohl nichts mehr. Außerdem brauchst du noch immer meine Hilfe. Und ich will verdammt sein, wenn ich dich einfach alleine durch das Commonwealth ziehen lasse. Jetzt solltest du besser zurück auf die Pridmen gehen. In der Zwischenzeit richte ich mich in diesem Bunker hier ein. Wenn du mich brauchst, findest du mich hier. Okay, nice. Maxen kann Hoffnung nicht töten, genau. Haha, you failed. Halen, der Sins erschießen, komm mit mir. Hm. Er wird Nein sagen, aber ich biet's ihm trotzdem an. Kannst du nicht gleich mit mir kommen? Du hast gehört, was Maxen gesagt hat. Wenn man mich auf der Pridmen oder im Polizeirevier oder auf dem Flughafen sieht, würde ich nicht nur getötet werden, ich würde auch seine Autorität untergraben. Das mach ich nicht. Aber wenn du mich anderswo benötigst, bin ich zur Stelle. Cool. Das ist ein echt akzeptables Ende. Also mal sehen, wie es jetzt mit uns und der Bruderschaft weitergeht. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ausgang bisher. Was ist mit Halen? Ich glaube nicht, dass Maxen von ihrer Beteiligung weiß. Hier wird nichts passieren. Ich kontaktiere sie und lasse sie wissen, was hier passiert ist. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und Sins. Wird es für dich ein Problem sein, Sins zu töten? Auch wenn ich körperlich ein Sins bin, gehören mein Herz und meine Seele der Bruderschaft. Das Institut ist nach wie vor eine gewaltige Gefahr für das Commonwealth. Es verfügt über Technologien, die konfisziert oder zerstört werden müssen. Ich verspreche dir, dass ich nicht zögern werde, gegen sie zu kämpfen. Krass. Das ist ein cooler Typ. Mein Loveless, hi. Auf Wiedersehen, Sins. Leb wohl. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal unter glücklicheren Umständen. Ja. Hui. Das war amtlich. Kannst du ihn jetzt mitnehmen als Begleiter und dann Arthur besuchen? Jo, kennst du schon meinen Follower, Bruder? Let's go. Alternatives Ende. Man killt Maxwell wegen dem Mantel und in seiner Akte steht, Tod durch zu sexy Mantel. Ja. Tod durch sexy. So sieht es nämlich aus. Kennen wir alle auch zur Genüge, ne? Zwinker-Smiley. Das war extrem spannend. Ich fand es auch super. Auch wirklich schön aufbereitet. Ja, tolle Dialoge. Tolle Positionen. Also, toll vertretene Positionen, besser gesagt. Ja, sehr glaubwürdig rübergebracht, meiner Meinung nach. Stark. Ja. Sehr, sehr spannend. So mag ich das. Dann schauen wir mal, was uns jetzt in der Basis noch erwartet. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er besonders glücklich mit unserer Entwicklung ist, ne? Ich glaube, ich werde mich der Bruderschaft anschließen. Deren Ideologie gefällt mir. Ein Toaster ist ein Toaster und bleibt ein Toaster. Ja, Mapo, da sind wir ja letztes Mal schon auf unterschiedlichen gedanklichen Wegen unterwegs gewesen, ne? Und warum nicht? Ausprobieren kann man das ja sowieso, wie man möchte, ne? Schönen Abend noch, ihr Lieben. Das Bettchen ruft. Viel Spaß bei allem, was ihr macht. Ebenso, danke fürs Reinschauen. Hätte fast schon damit gerechnet, dass ihr einfach euch beide erschießt. Ich war auch im Kampfmodus. Also, ich habe echt drauf gewartet, dass ich gleich nur noch rote Optionen habe. Und alle waren dann Kategorie Feuer. Aber es sollte anders kommen, ja. Es sollte anders kommen. Ich speichere hier nochmal. Und dann gucken, warum? Oh, Mann. Was wir jetzt erzählt kriegen. Fallout 4 und auch die älteren Teile sind einfach Liebe. Ist wirklich schön, ja. Absolut. Oh, hopperleih. Bin ich hier fast die Treppe runtergefallen. Das wäre ein heldenhaftes Ende gewesen. Schön über den Hund stolpern und Licht aus. Moin. Melde mich wie befohlen, Ältester. Bevor wir weitermachen, möchte ich eine Sache klarstellen. Dies wird das letzte Mal sein, dass wir über Danes reden. Was die stehlerne Bruderschaft anbelangt, ist er tot. Verstanden. Ist er sicher? Verstanden. Ich werde... Warte, was? Werde ich nie verstehen. Ach so. Zuerst kommt die Bruderschaft. Ja, verstanden. Verstanden. Gut. Natürlich fehlt durch Danes Hinrichtung jetzt ein Glied in unserer Befehlskette. Dieser Verräter hatte eine relativ wichtige Position inne. Ich bin mir sicher, sie werden ihn würdig ersetzen. Seine Quartiere und seine Besitztümer gehören nun ihnen. Einschließlich seiner persönlichen Powerrüstung. Herzlichen Glückwunsch. Paladin. Okay. Nicht mal kalt. Keine Enttäuschung. Ja, Rüstung, ne? Wo bewartet Danes seine Powerrüstung auf? Sie finden sie sicher in Proctor Ingrams Teil des Schiffes. Tragen Sie sie mit Stolz. Bedenken Sie jedoch, dass ein Paladin der Bruderschaft unseren Brüdern und Schwestern in seiner Rechtschaffenheit ein Vorbild sein soll. Ich gehe davon aus, dass Sie sie nicht enttäuschen werden. Und mich ebenfalls nicht. Wie dem auch sei, wir müssen uns nach wie vor um das Institut kümmern. Vor unserem finalen Angriff wartet noch eine Menge Arbeit auf uns. Derzeit laufen die letzten Arbeiten an Liberty Prime. Captain Kells hat eine mögliche Bedrohung unseres Einsatzes identifiziert. Melden Sie sich unverzüglich bei ihm. Ad victoriam, Paladin. Dieses Timing wieder. Rage, 28 Monate. Ich danke dir, vielen Dank. Interne Überwachung aktiv. Sieht ruhig aus. Okay, Lancer Ritter, cool. Sprich mit Lancer Captain Kells. Gucken wir mal, was wir jetzt hier an Optionen noch hatten. Mit dem Captain sprechen. Ja, säubere die Brauerei. Zum Vater haben wir es heute einfach nicht geschafft, ne? Ich dachte, das wären alles recht kurze Level, sag ich mal. Aber nö. Nö, nö. Gut. Ist das, was er angesprochen hatte hier auf dem Schiff? Mit der Powerrüstung. Die könnten wir ja nehmen und nach Sanctuary eigentlich bringen, ne? Mal gucken. Kannst du mit der Frau auch nochmal reden? Mit der, wie hieß sie? Hayden oder so? Ja, wenn die hier irgendwo rumsteht, bestimmt, ne? Obwohl er ja meinte, er kontaktiert sie selber oder so. So, gerade am Ende. Mal gucken, wen wir finden. Und wen nicht. Ich werde auf jeden Fall keine technischen Dokumente abgeben. Das werde ich mir schön verkneifen. Palabubble, genau. Wie die Zeit vergeht, ne? Drei Stunden schon wieder rum. Ja, Hammer. Ist krass. Sehe ich die hier jetzt irgendwo? Powerrüstung. Ah, die hier, oder? Das könnte sie sein. Ansonsten würden wir höchstwahrscheinlich nicht reinsteigen können. Wir checken das hier drüben nochmal. Ja, da ist alles rot. Dann ist es wohl diese hier. Mit einem schönen Kästchen. Nehmen wir auch alles mit. Klar, was kostet die Welt? Jetzt habe ich den Anzug auch genommen. Naja. Manchmal muss das sein. Und dann haben wir eine schöne neue Rüstung. Drei haben wir jetzt schon, ne? Drei an der Zahl. Na, gucke da. Von unserem guten Dance. Sehr schön. Okay. Werden Sie jetzt sagen, yo, Roboter-Test, let's go, Riesenkrieg oder so. Reinige 30 Supermutanten-Basen, ne? Und das werden wir heute höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber so ein bisschen reinlunzen. Kannst du deinem Hund eine Powerrüstung geben? Ne, leider nicht. Ich glaube, lustige Hüte auch nicht, ne? Es soll wohl auch Hunderüstung geben. Die haben wir bisher nur irgendwie noch nicht gefunden. Aber das hält sich in Grenzen. Ja, mit den Plastikgesichtern. Deinen Helm hast du aber auch schon mal gesehen, Kollege, oder? Bio-Bleistift. Dankeschön für dein Abo. Vielen Dank. Gut. Sanctuary. Das war unsere nächste Position. Da wollen wir hin. Geh an sein Bett. Da ist eine Kiste. Damn. Na, dann reisen wir gleich nochmal ohne Rüstung zurück. Dann machen wir da nochmal einen Boxenstopp. Du kannst ja Dance die Rüstung bringen. Geht das? Wieso ist das eine Legit-Option? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass er darauf gar nicht groß reagiert, wenn ich ehrlich bin. Dann steigen wir mal aus hier. Und dann haben wir hier jetzt drei Rüstungen stehen. Ja, das sieht aber auch ganz geil aus, oder? Was ist jetzt los? Jetzt habe ich unten das Menü geöffnet irgendwie. Wollte ich gar nicht. Sehr schön. Die drei lustigen fünf hier. Und man sieht auch, dass sie immer ein bisschen schicker geworden sind, ne? Wenn ich hier diese Ranzige sehe. Ja. Stylisch. Ach so. Sie möchte etwas Korrektur lesen. Aha. Was geht? Gut. Dann wollten wir jetzt gucken, wo wir zum einen hin müssen. Mit Lancer Captain Kells. Ich nehme mal an, das ist unten wieder beim Flughafen oder so. Kann das sein? Ach ne, das ist sogar generell oben drin. Ja. Na gut. Dann machen wir das. Du rennst schneller, wenn du deine Waffe einsteckst. Ja. Wenn man die Waffe nicht gezogen hat. Schön passend die Todeskralle dazu. Bisschen Backpedal. Let's go. Es ist Nacht geworden. Und dann müssen wir beim Bett nochmal schauen. Aber sein Bett ist ja höchstwahrscheinlich nicht bei den Rüstungsstationen irgendwo. Das wird ja so eine Kammer in den Seiten sein, oder? Mal gucken. Wir werden es finden. Also das Schiff ist groß, aber so mega groß ja nur auch nicht. Deswegen bin ich erstmal guter Hoffnung. Und dann quatschen wir mit der Captain Tante. Die bestimmt richtig Bock auf uns hat. Wir wissen, in der Bruderschaft gibt es keine Geheimnisse. Wurde uns vorhin so erklärt. Darum wissen alle, was wir getan haben. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir da eine Ausnahme. Dance ist ja einfach tot. Hat sich erledigt. Skydiver. Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel. Ne, hier unten ist auch nichts weiter. Und ich glaube, hier oben ist hier sein Bett, maybe. Was ist hier? Seesack, Kryomine. Ja, da können wir alles schön verticken. Aber wo hier jetzt das Bett von Dance ist, das weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Hier können wir trotzdem einen Haufen Kram erstmal looten. Das ist super. Hier ist noch ein Terminal. Hier Anwärter-Klarkstruhe. Ah, okay. Mit dem persönlichen Schlüssel. Da ist Lucias persönlicher Schlüssel drin. Und ein Zettel. Flanellhemd. Schrotpatrone. Oh, da sehe ich mich. Das hier. Die können wir auch aufmachen. Brennstoff. Fusionszelle. Aufzeichnungen. Saubere Kleidung. Das war höchstwahrscheinlich das, was ihr meintet, oder? Zeitungsverkäuferkappe. Geil. Mein Hab und Gut. Eine Zeitungsverkäuferklappe. Und hier kann ich einzelne Munitionen einsammeln. Ey, stellt euch vor, das wäre immer so. Dass man jedes Munitionsteil so einzeln anklicken müsste. Bei den Rüstungen geht's hoch. Da ist der Raum, der bisher verschlossen war. Ah, okay. Dann war das immer noch nicht das, was ich meinte. Dann gehen wir zu den Rüstungen. Und da hoch irgendwo. Okay. Vermutlich dann irgendwo hier. Da geht's runter. Da geht's auch runter. Ah, hier geht's hoch. Okay. Erstmal muss man runter, um dann hochzukommen. Und hier ist dann irgendwo ein Raum. Noch weiter hoch, maybe. Mal sehen. Hier. Nee, hier ist original gar nichts. Vielleicht an den Seiten. Das dürfte halten. Danke, Schwester. Auch nicht. Du musst nur keine Sorgen machen, dass sie entkommen, wenn sie nicht auf dem Schiff wären. Der Horde ist mein Gewehrte. Richte Proktor Ingram meinen Dank dafür aus, dass ich dich ausleihen durfte. Oha. Hier werden einfach Menschen ausgeliehen. Ich raste aus. Vielleicht bin ich auch eins zu weit oben. Da bauen sie ein bisschen Gras an. Aber hier sind, glaube ich, keine weiteren Räume, oder? Maybe hier? Nee, auch nicht. Da geht's nur durch diesen fetten Kern, Junge. Geil. My Loveless. 14 Monate. Vielen Dank. Ich habe in meinem Leben schon viel Scheiße gelernt. Nur ob Kiffen wirklich vergesslich macht, das weiß ich nicht mehr. Ja, ist nicht alles Gold, was glänzt, ne? So sieht es aus. Ich danke dir. Dann maybe hier drüber? Noch... Oh. Der Maulwurfsratten Fight Club. Mit Wasserschale. Ja, Haustierchen sind anscheinend erlaubt. Aber ist hier noch irgendwo ein Raum? Hier werden erstmal... Ew. Super Mutanten untersucht. Okay. Mikroskop nehmen wir mit. Junge. Schön den Synth auseinandergenommen. Hier wird bewässert. Nicht jetzt, Sir. Die Wissenschaft wartet nicht. Ja, experimental. Aber bitte nichts anfassen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn du dich verletzt. Okay. Sind das alles deine Kreaturen? Nun, sie sind Teil meiner Forschungsarbeit, wenn du das meinst. Ich stehe kurz davor, herauszufinden, wie die Körper dieser Kreaturen sich an die Strahlung, die ihren Lebensraum kontaminiert, angepasst haben. Wenn ich den Code knacken kann, kann ich unsere Truppen mit einer Schutzverbindung ausstatten, die deutlich besser ist als Red Axe. Oh, deutlich besser. Krass. Das ist ja unglaublich. Nun ja, bisher ist es nur eine Theorie. Weißt du, die ionisierende Strahlung, die nach dem großen Krieg zurückblieb, ist tödlich, weil sie den meisten Lebewesen Schaden auf Zellebene zufügt. Allerdings hat sich der Körper dieser Kreaturen nach mehreren Generationen angepasst und seine Gene so verändert, dass ein Zellverfall verhindert wird. Ich glaube, ich weiß, wie ich diese genetische Neustrukturierung beschleunigt replizieren kann. Statt in Jahrzehnten kann ich sie in Augenblicken durchführen. Zumindest für einen kurzen Zeitraum. Okay. Cool. Klingt gut. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf mich zählen. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber leider hänge ich an einem Problem fest. Die Exemplare, die ich bereits habe, können nur begrenzt Blut- und Genmaterial spenden. Wenn ich zu viel entnehme, sterben sie. Deshalb brauche ich zusätzliche Blutproben von den Kreaturen im Commonwealth. Klar. Klar. Kein Problem. Ich helfe gern. Ich weiß dein Vertrauen in meine Fähigkeiten zu schätzen, Bruder. Ich habe dein Pip-Boy so modifiziert, dass er die Leiche jeder kürzlich getöteten Kreatur auswertet, die die passende Blutgruppe hat. Du musst dann nur noch geeignete Proben entnehmen und sie zu mir bringen. Hey, ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das für mich tust. Hey. Schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige in der Bruderschaft bin, die dem Fortschritt aufgeschlossen gegenübersteht. Ja, nice. Ein bisschen Nebenquests snacken hier. Neon Wards, genau. Muss nur ein bisschen mehr leuchten. Theo, 32 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Was ist mit ihm? Er labert mich einfach voll. Einfach mal ohne Kommentar. Moment, das ist ja doch ein Kommi geworden. Hast dich einfach selber getrickt, ne? So schnell geht das. Dankeschön. Ja, da drüben war es irgendwie nicht. Einige meinten gerade Richtung Kantine vielleicht nochmal schauen. Aber gehört, du hast den Mutis in Fort Strong an einen gehörigen Denkzettel verpasst. Na klar. Ich bin Mr. Denkzettel höchstpersönlich. Wenn du eine 5 Kilo Kakerlake mit einem Auftriebsregulator machst, kannst mir vorstellen. Komm mir nicht so. Soll das größte Kriegsschiff der Bruderschaft von Käfern erledigt werden. Ist ja schon gut. Erzähl nur Ingram nichts, okay? Gut. Aber es gibt einen Grund, warum man in der Nähe der Instrumente nicht essen darf. Schön Kakerlaken überall, Junge. Boom, boom, boom. Die Bruderschaft einfach zerstört von einem Käferschwan. Geil. Hier ist noch ein Terminal. Aber irgendwelche Raummöglichkeiten sehe ich hier nicht, wenn ich ehrlich bin. Fusionszelle. Sehr, sehr nice. Also hier lohnt es sich ja doppelt und dreifach, dass wir uns umschauen. Das ist eine gute Sache. Aber... Wenn du dir keine Kugel einfangen willst, solltest du einem Gunner nie den Rücken zudringen. Ja, ich weiß. Hier ist noch eine Zwischenebene, oder? Maybe hier? Quartiere? Ah ja. Vielleicht sollten wir da mal gucken. Falsche Etage, ne? War ich noch eins zu hoch? Dann sind wir hier vielleicht richtig. Mal schauen. Red X. Sehr nice. The fuck? Lecker Blähfliegenfleisch, Leute. Let's go. Schmalzlockenperrücke. Die nehmen wir aber sowas von mit jetzt hier. Lass mal schauen. Hilfsmittel, äh, Kleidung. Wo ist sie denn? Wo ist sie da? Das möchte ich ja schon gerne sehen. Oh ja. Ah, das sieht ja super aus, oder? Die können wir zu unserer Maske tragen. Ich dachte, das ersetzt jetzt die Maske. Aber nein. Ist irgendwas anderes stattdessen jetzt weg. Ne, ne? Dann könnten wir sogar den Hut maybe noch aufsetzen. Der bringt aber leider auch nichts, ne? Ein bisschen Charisma würde das bringen. Okay. Was für ein Blödsinn. Herrlich. Sexy Hexy, oder? Denke ich auch. Hier ist noch eine Kiste. Die ist leer. Grüner Lumpenhut. Da sehe ich mich auf jeden Fall auch. Aber sonst. Stimpeg ist natürlich immer gern gesehen. Hier ist noch ein Seesack. Nehmen wir auch mit. Bisschen Zangenkram. Oh, ein Save. Ja. Und was haben wir da? Ah, wieder ein Laser-Ding, ne? Die wiegt aber nicht so viel. Die können wir schön zerlegen oder verticken. Oder zerticken und verlegen. Das mache ich auch ganz gern. Aber das war, glaube ich, noch nicht der Raum, den wir gesucht haben. Geil. Zwei technische Dokumente. Tja, da haben sie wohl vergessen, das abzugeben. Naja. Dann sind das eben unsere Kronkorken, ne? Da lassen wir uns ja gar nicht groß lumpen. Dann checken wir die andere Seite gerade nochmal. Und möglicherweise ist dort der richtige Raum. Jetzt sind wir ja genau auf dieser Mitteletage, ne? Die ihr bestimmt ursprünglich meintet. Auch wenn wir uns ein bisschen zu weit nach links und rechts bewegt haben. Was haben wir hier? Ne, das ist irgendein Privaträumchen. Ach, das ist von Maxon mit Zigarre. Natürlich. Hier wird aufgepasst. Da ist er ja auch. Ich lasse nach Ihnen schicken, wenn ich Sie brauche. Yo, sorry. Schön die Munikisten gehortet. Was haben wir hier? Handschellen. Nice. Das ist Captain Kells Laden hier. Patronen nehmen wir mit. Na klar. Immer her. Immer her damit. Blutpaket. Hier waren wir beim letzten Mal schon drin. Aber noch mehr ist hier erstmal auch nicht. Vielleicht dann hier an den Seiten. Hier war der Doktor. Hier war Mr. Technische Dokumente. Dokumente. Und maybe ist hier noch was? Nö. Auch nicht. Auch nicht. Hm. Und hier sind wir wieder bei den Powerrüstungen. Hm. Da hinten dann maybe. Aber hier war eigentlich nur der Händler. Hier könnten wir einbrechen. Tja Leute. Dann bin ich leider zu blöd das zu finden. Weil mehr habe ich jetzt original nicht gesehen. Bei den Quartieren waren wir drin. Vielleicht war es das auch schon. Dann war es halt nicht besonders speziell. Dann habe ich irgendwie was anderes erwartet. Oder ist hier noch irgendwo eine Tür? Ich gucke jetzt noch einmal. Ansonsten ist mir dann erstmal zu blöd. Dann finden wir es vielleicht beim nächsten Mal auf gut Glück oder so. Das war es. Wirklich. Das war sein Quartier. Ich habe damit gerechnet, dass da noch irgendwas, keine Ahnung, super Spezielles wartet. Aber er wusste ja selber nicht, wie das Ganze ausgeht. Er war sich ja nicht mehr sicher, wer er ist. Dann hinterlässt man ja auch keine Nachricht oder schreibt ein Testament oder was auch immer. Ja gut. Dann haben wir es gefunden. Da müssen wir gar nicht groß rumwundern. Und das Gute ist, da wir uns jetzt noch einmal auf dem Luftschiff ganz in Ruhe umgesehen haben, können wir uns das natürlich mit der nächsten Mission jetzt komplett klemmen. Und das klingt negativer, als es sein soll. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann haben wir wieder einen sauberen Cut und vor allem auch einen sauberen Start beim nächsten Mal. Dann machen wir uns jetzt schön nach Sanctuary und dann können wir beim nächsten Mal mit der Kapitänszante reden. Dann fangen wir wie immer an mit unserem üblichen Ritual und werden ein bisschen was verticken, ein bisschen Muni aufstocken. Und dann werden wir bei der Bruderschaft weitermachen. Und möglicherweise, je nachdem wie lange es dauert, werden wir dann auch mit dem Vater reden und wieder beim Institut ein bisschen aktiver sein. Das hat heute ja überhaupt nicht mehr reingepasst. Also ich bin ja begeistert, wie lange wir ja heute nur für die Bruderschaft unterwegs waren. Auch am Anfang das Aufräumen, das war ja auch eine Bruderschaftsmission. Also die hatten uns heute sehr, sehr gut im Griff. Absolut. Hier muss ich aufpassen, dass ich nicht demnächst immer aus Versehen einsteige. Okay, Leute. Es ist herrliches Wetter. Da fällt es einem gleich leichter, sich zu verabschieden. Es war mir auch heute wieder ein absolutes Fest mit euch. Ich fand, wir hatten großartige Quest, sehr tolle Entwicklungen, spannende Dialoge. Und wir waren ja auch fleißig, ohne Ende, mit dem Magneten und Bauen und Roboter und nicht. Und verrückt, verrückt. Sehr erfolgreiche Runde gewesen. Ich hoffe, euch hat es auch wieder Spaß gemacht. Dann hören wir uns im Idealfall beim Fusionskern rausnehmen, völlig richtig, bei einem der nächsten Male. Fallout spielen wir immer um ca. 16 Uhr, und zwar montags und donnerstags. Und ansonsten eigentlich jeden Tag WoW. Das dürfte auch weiterhin der Fall sein. Also, 16 Uhr sind wir ja immer so ein bisschen gemeinsam am Rumschniedeln, ja, am Rumpimmeln auf gut Deutsch. Und auch auf YouTube gibt es täglich neuen Stuff, alles unterm Stream verlinkt. Könnt ihr super gerne mal reinschauen. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen, vielen Dank für euren tollen Support. Und dann hören wir uns morgen, wenn ihr wollt, zum letzten Stream des Monats. Dann ist der April rum, Leute. Dann sind wir schon im fünften Monat wieder. Verrückt, echt. Danke euch, habt noch einen schönen Abend und bis denn. Tschüss.